What? Lass mich raus! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! What? Ah! Äh, äh, bleibt still! Ah, kommt doch zurück, ich will euch alle haben! 101 Teil Martina! Hast du das gesehen, Lassi? Oh mein Gott, was bist du denn? Hi! Die kleine Pflanze fehlt. Oh, es wurde sich gewünscht, dass ich hier noch eine Monstera irgendwie unterbringe. Hm, ja, wir haben nicht ganz so viel Platz, eventuell höchstens hier oder dort auf dem Schränkchen. Ich suche gleich mal nach Monstera. Oder aber vielleicht passt ja hier eine Monstera drauf, auf die Toilette. Mal gucken. Monstera? Na toll. Also einen Teller wollte ich nicht haben. Hm, ja, das wird dann wohl nix mit Monstera. Äh, wie sieht denn eine Monstera aus? So, ne? Also sehe ich ja offenbar eigentlich genau gerade, wie eine Monstera aussieht. Pflanzen. Gucken wir doch mal, ob wir irgendwas haben, was so in diese Richtung geht. Hm, eine Kaktere wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Oder so ein Farn. Gucke mal, ich gucke mal, ob es irgendwas Monstera ähnlich ist. Das da ist doch eigentlich eine... Ach so, heißt die vielleicht Fensterblatt? Klein, mittel, groß? Vielleicht ist die ja auch wirklich klein. Okay, das schmeckt ein bisschen übertrieben. Naja, wobei, so generell auch so mittig auf dem Klo. Wie sähe das aus? Ist das zu übertrieben? Weil dann sieht man die Kerzen nicht mehr, ne? Aber hier vielleicht. Das wäre doch eigentlich okay, wenn wir hier vielleicht so eine große dann noch... Ich hoffe, sie findet das ganz gut. Ich finde auch sogar, dass der Topf ganz gut passt, weil der so harmoniert mit dem Fenster. Ne? So, ich glaube, der ist okay. Oh, ich hätte mir vielleicht auch noch andere Blätter aussuchen können. Ich weiß nicht, ob das... Ach so, wie krass ist das denn? Ich hätte sogar ein zweifarbigen... Naja, gut, jetzt sind wir ja schon... Ränder... What? Ach, das ist ja eigentlich ziemlich nice. Eigentlich sollte ich mir ja vielleicht lieber sowas holen. Griffe in... Dunkler... So, irgendwie? Eigentlich ja schon ganz cool, weil das passt so perfekt zum Bad. Ich finde die Blätter nicht ganz so cool. Oh, jetzt habe ich dir so viel Kohle dafür ausgegeben. Naja gut, ich kriege es ja auch wieder, wenn ich das jetzt wieder da hinstelle, oder? Ich finde einfach, dass man das halt so machen kann, dass es so cool passt. Alleine dafür will ich es gerne nehmen. Ich hoffe, ihr seid damit auch zufrieden. So, dann stellen wir die jetzt hier oben drauf. Also, das sind genau die Farben hier. Ich bin vielleicht nicht ganz so begeistert, dass sie auch in die Wand reinwächst. Eventuell kann man sie dann doch noch ein bisschen weiter nach vorne stellen. Oder ist das so ein bisschen wegdrehen, das Blatt? Geht das? Ah, naja. Na ja, ja doch, es ist auf jeden Fall besser. Und es ist halt noch eine Pflanze. Eigentlich finde ich es fast zu viel, aber... So eine etwas kleinere wäre schon gut gewesen. Aber gut, es geht jetzt gerade nicht anders. Eventuell finde ich ja noch was und dann wird die irgendwie umgestellt. Wobei sie eigentlich im Badezimmer bleiben muss, weil wir ja sonst nichts haben. Pfeilblatt, hieß das nicht so ähnlich? Pfeilblatt? Und dann nehmen wir das in... Achso. Nee. Nein, nein. Das hier in grün? Oh nee, das ist ja auch so riesig. Ich suche halt irgendwas Süßes, was ich hier oben draufstellen kann, was so dungelmäßig aussieht. Oder wir nehmen so richtig was Pflanzenmäßiges, was auch so blühen könnte. Grün. Rot. Nee, was haben wir denn hier? Haben wir so rosa eher, ne? Weiß wäre sonst auch noch eine Option. Aber rosa finde ich noch besser. Oh, das ist leider auch so groß. Aber eigentlich ist es, ne? Ich gehe ein Stück zurück. Ich hätte gerne was etwas Kleineres. Ich merke es mir aber trotzdem mal. Vielleicht wäre das auch sonst eine Option statt der anderen Pflanze, die wir da haben. Jetzt doktor ich hier rum, ne? Ich will eigentlich los. Ich will eigentlich andere Sachen machen. Aber ich möchte natürlich auch auf eure Kommentare eingehen und wollte das natürlich auch gerne hier nochmal umsetzen. Das ist vielleicht auch ganz süß. Oder sowas hier. So eine Geigenfeige. So eine feige Geige. Oh, ein Orangenbaum. Oh, der ist wahrscheinlich sehr viel größer, als ich mir das hier leisten kann. Die sieht auch so cool aus. Ich muss mir das einmal angucken. Tschüss. Orangenbaum. Wie groß bist du denn? Oh nein! Oh, die wäre ja auch mega hier, oder? Oh, aber auch leider ist es sehr groß. Boah, aber so am Fenster. Äh, das wäre auch schon nice. Ich kaufe die jetzt mal nicht. Oder hier irgendwo in der Ecke. Aber das ist da so. Ich meine, wir haben ja einen fetten Dschungel, ne? Es wird ja jetzt nichts dagegen sprechen, dass man hier das auch so ein bisschen voll macht. Okay, ich lasse das mal euch wieder entscheiden. Äh, wie heißt das Ding? Medinila Magnifica. Das ist diese Blume, die ihre Blüten so hängen lässt. Was sagt ihr zu dieser Blume? Wollt ihr die haben oder wollt ihr die nicht haben? Gerne in die Kommentare damit. Dann kann ich das beim nächsten Mal nämlich umsetzen. Ich warte jetzt mal ein bisschen. Das wäre vielleicht auch sowas in der Art wie eine Monstera. Nicht wirklich. Oh, cool. Die finde ich sehr dschungeltypisch. Uh, und die ist nicht mal teuer. Und dann brauchen wir aber eine gute Farbe. Grün. Eigentlich können wir nur nehmen Grün und Grün. Wir nehmen Grün und komplett Grün einfach. Das sieht gut aus. Die nehme ich. Das ist so eine Pflanze, die sehr dschungelmäßig aussieht. Top. Haben wir da schon mal was gefunden? Es ist jetzt leider keine richtig schöne Monstera. Es tut mir leid. Eine Zimmertonne für ein Weihnachtshaus. Weihnachtshaus wäre übrigens auch eine coole Idee. Oh, ich hatte noch irgendwas Cooles gelesen. Was war denn das noch? Achso, und ihr habt euch gewünscht, ich soll hier, ich soll Lassie mitnehmen. Dann nehmen wir heute mal wieder Lassie mit. Braun. Okay, das wäre vielleicht sonst auch okay. Aber ich finde die andere ein bisschen detailreicher. Also eigentlich, auch wenn sie jetzt nicht so gut passt, finde ich sie irgendwie hübscher. Ich meine, im Dschungel sind ja auch nicht immer die gleichen Farben, oder? Kratz, kratz. Ich hänge schon wieder so lange nur an einer Sache. Ich kriege die Krise. Die finde ich auch dschungelmäßig. Nein, die nehmen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt einfach. Wir, mach das zu. Ich muss noch irgendwen streicheln. Geht's dir nicht gut? Nein, jetzt ernsthaft? Hygiene? Erstmal sollst du mir auch nicht folgen. Ja, dann rufe ich dich mal kurz. Was mit dir? Jetzt sag nicht, du musst auch Hygiene. Nee, dich müssen wir streicheln. Lassie, du kommst sowieso gleich mit. Ich kann dir ja schon mal hier anklicken. Du kommst mit zum Job. Dir geht's gut. Und Zelda, ruf mir jetzt mal. Zelda, duschen! Zelda! Zelda? Ähm, dich wollte ich jetzt eigentlich nicht duschen. Kann ich jetzt? Ich möchte bitte Zelda rufen. Bist du? Der ist ja auch dreckig, Pongo. Oh mein Gott. Das sieht man ja hier richtig. Da sind richtige Klumpen am Fell. Ugh. Ja, okay. Du wirst auch schnell geduscht. Hier, Föhnen. Tata, fertig. So, und jetzt müssen wir aber gleich nochmal rufen. Gehen wir wieder runter. Ja, du siehst wieder wunderschön aus. Leute, ich kann mir doch nicht noch einen Hund kaufen. Wisst ihr? Ich hab jetzt schon aber alle Hände voll zu tun. Jetzt kommt gleich der nächste Hund, den ich eigentlich gar nicht duschen wollte. Vor allem, Pongo war ja noch nicht mal unglücklich. Nein, dich nicht. Hund rufen. Ich trage jetzt Zelda her, ist mir egal. Haustier kann man jetzt hier nicht arbeiten. Okay, gut. Ich heb dich hoch. Komm mit, Zelda. Ich setze dich da direkt drauf. Jetzt muss ich mir erstmal wieder einen Bruch heben. Und dann habe ich auch noch so ein dreckiges Tier im Gesicht. Der kommt schon, Zelda. Mensch, ey. Warum kommst du denn nicht einfach, wenn ich dich rufe? Mami, will dich doch nur waschen. So, einmal schön absprühen. Zelda war schon so dreckig, dass es Zelda einfach nicht mehr gut ging. Guck mal. Wieder strahlend wie der Stern am Abendhebel. Los geht's. Du kommst gleich mit. Hast du dich schon bereit gemacht? Ja, gut. Dann suchen wir nämlich jetzt unsere schöne Aufgabe für heute. Wo ist denn das Ding? Portfolio. Nein, da war es nicht. Browser. Da war es. Ach so, ich hätte ja theoretisch auch hier eine Idee für, ne? Wie ein Gemälde. Da ist hier nichts vorgegeben. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich in den Kommentaren gelesen hatte. Nämlich ein Café. Und ein Café wäre ja auch eine schöne Idee, wenn man hier zum Beispiel einfach komplett ein Haus aus dem Boden stampfen könnte. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich wieder lange dauern. Weil eben, also ich hatte schon die Idee so mit dem Café und dachte mir, da muss ich ja eigentlich alle Wände rausreißen. Weil im Café braucht man ja nicht sonderlich viel. Höchstens vielleicht eine kleine Küche und dann halt so einen abgetrennten Toilettenbereich für Männlein, Weiblein oder so. Da müsste man dann mal gucken, wie man das am besten umsetzt. Naja, wir nehmen jetzt erstmal auf jeden Fall das. In der Hoffnung, dass ich da jetzt meine schöne Überraschung finde und danach dann, ja, das auch gut einrichten kann. Wenn das jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dass ich jetzt eine fahrende Bücherhalle da reinkriege, muss ich dann vor Ort umswitchen. Möchtest du jetzt dorthin gehen? Ja, ich möchte bitte dorthin gehen und möchte das dann auch verkaufen. Das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Es ist ja kein Auftrag. Das heißt, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich beim nächsten Mal wieder einen Auftrag machen muss. Ich will wieder so wenig Kohle dann haben. Oh mein Gott, der ist ja richtig besprüht. Was ist denn hier passiert? Was? Ah! Achso, du bist es. Hä, was ist das denn hier? Warum liegt denn hier so ein langer Schlauch? Ist das hier alles Müll? Krass, das ist alles Müll. Okay, dann muss ich die natürlich jetzt erstmal... Oh, das tun wir erstmal weg, ja. Das brauchen wir natürlich nicht, wenn das sind alte Paletten. Die haben hier irgendwas gewerkelt. Aber ich bin immer noch nicht so ganz schlau, was das mit diesem Kabel da soll. Aufheben? Öffnen. Hä? Was ist das denn? Gedrückt halten zum Aufheben. Hä, was ist das? Ist das irgendwie neues Werkzeug? What the hell? Was soll das? Kann ich das verkaufen? Ich verkaufe das. Ich brauche das doch nicht, oder? Handschuhe? Das sind so Arbeitssachen. Das verkaufe ich auch. Ich hoffe nicht, dass das jetzt schlecht war, dass ich das getan habe. Was ist das? Hä? Lassi, was ist das? Drücken zum Wegwerfen. Ne, aber dann kann ich es ja verkaufen. Dann kriege ich ja noch Geld für. Okay, ach so. Das war ein Wollfaden, der sich bis nach da hinten gezogen hat. Okay. Ja, die Frage ist natürlich, wenn wir das Ding jetzt hier verkaufen, müssen wir dann auch noch den Garten machen? Eigentlich prinzipiell ja nicht, weil wir fahren ja auch wieder weg. Ich weiß halt nur nicht genau, ob sich das auf den Preis auswirkt. Aber heute soll es ja nicht unbedingt um den Preis gehen. Ich glaube, wir müssen den auf jeden Fall sauber machen. Auch wenn ich finde, dass das teilweise ganz gut aussieht. Das hier zum Beispiel sieht schick aus. Aber ich würde sagen, das muss wahrscheinlich weg, damit es gut aussieht. Oh, Fenster rein. What? Das war jetzt eigentlich nicht so gedacht. Ich wollte eigentlich nur die Zeitung wegtun. Drücken, um wegzuwerfen. Ah! Was? Ich muss jedes einzelne klitzekleine Fenster alleine reinigen? Ach du Schreck. Das kann ja was werden. Vielleicht sollte ich zuerst mal den Zug von außen richtig sauber machen. Ich glaube, das ist besser. Wir sprühen das erstmal alles ab und dann sehen wir hoffentlich, was noch fehlt. Ich kann ja leider so nicht sauber machen. Aber immerhin, es geht gut ab. Love me. Oder was stand da? Ich muss auch mal sehen, ob ich auch von der anderen Seite noch was tun kann. Hier kann ich runter und hier kann ich auch wieder hoch. Da ist auch Dreck. Verdammig. Ich muss mir, denke ich, auch mal nochmal die Umgebung angucken. Corella, wer ist das denn? Corella? Corella? Ich kenne nur Cruella. Cruella de Wien. Wieso wird hier nicht aufgeräumt? Ja, die beschweren sich schon wieder, während ich hier gerade aufräume. Künstlerisches Durcheinander. Nein. Einfach nur Dreck an der Bahn. Der hat wahrscheinlich schon ein bisschen länger hier gestanden, dass die Zeit hatten, hier richtig Dreck zu machen. Okay, ich gehe jetzt einmal rum und ich denke, ich werde einmal hier die ganzen kleinen Fenster reinigen. Das sind ja einige. Es ist halt nur die Frage, ob ich von drinnen auch nochmal reinigen muss. Oh Gott, oh Gott. Das wäre ja Chaos. Ich habe so die Befürchtung, dass hier nicht so richtig viel Platz ist. Oh Gott, was mache ich denn da? Kriege ich hier wirklich überhaupt was rein? Vielleicht kriege ich auch gar kein Bett rein. Was mache ich denn, wenn ich da kein Bett reinkriege? Wie kann ich das denn dann verkaufen? Hm. Oder wir machen einfach nur so ein klitzekleines Bett hinter ein Regal. Würde das vielleicht gehen? Oder kann ich es vielleicht sogar auch ohne Bett verkaufen? Ich habe das noch nie gemacht. Das ist jetzt für mich erstmal eine neue Erfahrung. Dass ich jetzt nicht wirklich ein Haus baue, dass ich so... Naja gut, ich hatte ja schon Themenhäuser jetzt mit Feuer oder Wasser, aber das war ja trotzdem dann noch Schlafzimmer, Küche und sowas, ne? Ich werde jetzt hier wahrscheinlich keine Küche drinnen haben. Gut, aber das wird ja auch nicht gehen, oder? Erwarte man das von mir? Das wird man da gar nicht erwarten können, weil ich kann ja auch gar keine Wände reinziehen. Hm. Vielleicht ist das ja auch so ein Ausnahmeding. Ich bin gespannt. Mal abwarten, was da passiert. Öffnen. Ach, du kommst nicht rüber. Auch süße. Okay, Leute, ich mache jetzt erstmal alle Fenster hier auf dieser Seite noch sauber. Aber dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. Okay, soweit, so gut. Wir sind hier fertig. Schauen wir mal hier rein. Oh Gott. Ei, ei, ei. Hier ist ja auch noch so viel Dreck. Und überall Türen. Hier muss ich auch noch sauber machen. Haus verkaufen. Hier sieht man auch, dass es wirklich nur ein einziges Zimmer gibt. Also könnte mir eigentlich gar nicht diese Auflage machen, dass ich verschiedene Zimmer haben muss, wie das normalerweise der Fall ist, oder? Ich glaube nicht. Wir sind einmal hier kurz durchgewischt. Ist hier auch noch Dreck? Jo. Endlich Ordnung. Ich glaube, es ist blitzblank. Okay, also blitzblank ist es schon mal. Das heißt, wir müssen dann nur noch den Rest verkaufen. Dich natürlich nicht. Du darfst bleiben. Aber hier, der Rotz, der hier überall rumfliegt auf dem Boden, könnte ich natürlich auch wegwischen oder so. Aber wir machen das mal. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwie für Zeitung irgendwas zum Beispiel. Wahrscheinlich nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, also die Dinger hier, die braucht, glaube ich, auch keiner mehr. Ich werde, dass wir alles rausreißen. Wir machen hier alles schön neu. So, irgendwo ist auch noch Dreck. Ja, komm. Jetzt kommt erstmal alles weg. Die ganzen Sitze kommen weg. Ich frage mich halt, ob ich das theoretisch auch neu kaufen könnte, wenn ich das jetzt wieder haben wollen würde. Wenn ja, also oder beziehungsweise, oh mein Gott, was ist denn hier zusammengebrochen? Wenn nein, habe ich Pech gehabt, weil das kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist es halt weg. Reinigen? Äh, das war schon so marode. Hier ist alles einfach zusammengeklappt. Die freuen sich auf jeden Fall. Das ist ja gut. Ah, das sind noch zwei Dinger. Oh. Mhm. Die werde ich, glaube ich, auch neu machen. Haben wir hier überhaupt so ein... Oh. Oh. Huch. Hier sind ja noch mehr Ablagedinger. Haben wir hier Licht im Wagen? Oder wird es vielleicht hier nicht dunkel? Vielleicht haben wir ja Glück, dass es hier nicht dunkel wird. Was für ein sauberes Haus. Oh mein Gott, ja. Jetzt einfach verkaufen. E-reinigen. Hä? Was ist das? Das ist wirklich Cruella de Vil. Hä? What? Lass mich raus. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. What? Ah! Äh, äh, bleib stehen. Ah, kommt doch zurück, ich will euch alle haben. 101 Dalmatiner. Hast du das gesehen, Lassi? Oh mein Gott, was bist du denn? Hi. Hi, na du? Ach, ha, ist ja süß. Hallo. Na, kleiner. Kleiner Mann? Kleiner Mann? Ja, kleiner Mann. Oddi. Jetzt kann ich den ja gar nicht Pongo nennen. Ich hab ja schon Pongo. Das ist ein kleiner Dalmatiner, würde ich sagen. Persönlichkeit, nicht dreckig und nicht faul und hilfreich. Oh, bist du süß? Beim Job musst du einen Hut tragen. Das ist so bei uns Tradition. Nämlich ein Merry Christmas Hut, weil es ist ja bald Weihnachten. Der braucht auf jeden Fall noch einen anderen Namen. Warte mal. Ich hab den irgendwie angeguckt und dachte direkt, der heißt Jack. Und deswegen nenne ich den jetzt Jack. Der kleine Jack. Ach Gottchen, ist das... Das war ja so eine coole Szene gerade. Oh, das war so super. Schade, dass das jetzt nicht nochmal kommt. Komm, ich muss den erst mal streicheln. Wie geht's dir denn überhaupt so? Oh Gott, du bist so dreckig. Kann ich dich irgendwie sauber machen? Ja, das machen wir gleich zu Hause. Guck mal, sag mal hallo. Komm, Lassi. Sag mal hallo zu Jack. Ihr müsst mir übrigens nicht folgen. Ihr könnt ja euch draußen einfach mal frei kennenlernen und spielen. Oh, sogar die Zunge ist dreckig. Ich gittigit. Oh. Oh, oh je. Lassi? Hä? Lassi? Lassi ist einfach mal... Achso, hier bist du. Ist zu warm draußen oder was? Erinnerst du nicht noch an kleinen Pongo? Oh, der ist so dreckig. Wie cool ist das Ding denn? Das ist wirklich Cruella de Vil und wir haben jetzt einfach mal die Tiere freigelassen. Sonst machen wir hier eine kleine Modeboutique draus. Aber dafür habe ich jetzt gar nichts eingekauft. Oder muss ich das verkaufen? Ich weiß nicht, ob ich das, das Dreck ist. Und ob die mir dann quasi das Übel nehmen, dass ich hier so Dreck habe. Weil das wird halt, wird so grau angezeigt, ne? Ist das Fenster noch dreckig? Wir gehen nochmal hoch und runter. Hier ist nix, da ist auch nix. Kann ich denn hier eine Wand zwischenziehen? Ich glaube nicht. Würde es trotzdem noch zu einer fahrenden Bücherei passen? Vielleicht ja schon. Ich gucke mal gerade, was man hier so nehmen kann. Tresen? Ne, wie hieß denn das nochmal? Desk? Office Desk oder sowas vielleicht? Cheap Desk irgendwie so. Der sieht auch cool aus. Oder sowas für den Eingang, wo man dann auch so seine Sachen reintun kann. Für die Kunden meine ich. Boah, das ist halt einfach viel zu teuer. Das kann ich nicht nehmen. Das ist perfekt. Front Desk. Genau. Wir könnten ja sogar hier auch ein bisschen beim Hol... Oh ne, oder wir machen so weiß. Ist auch gut. Was ist das? Kleiner Hamsterkäfig. Ne, warte mal. Sind das Hamster? Die sind Meerschweinchen. Book for Desk. Das ist auch ganz cool. Ich würde mal sagen, wir versuchen es mit dem Ding hier. Ich hoffe, dass das auch irgendwie zählt. Wenn man jetzt hier reinkommt, wo sollte denn das sein? Man kommt hier rein, macht man dann hier schon ein Desk hin? Oh, es passt genau nicht. Ich kriege die Krise. So wäre es perfekt. Aber da kommen wir leider nicht mehr durch. Schade. Sonst machen wir das so auf diese Seite, dass man dann da reinkommt. Vielleicht muss ich auch erstmal ein bisschen streichen, wa? Ja, so könnte man noch dahinter stehen. Stell es erstmal hin. Hey, was rennst du denn in meinen... Moment mal. Kann man durchrennen? Nö. Ja, das ist doch schon mal gut. Wir brauchen Farbe. Ganz, ganz dringend. Ich muss irgendwie... Es muss schön angestrichen werden. Vielleicht in... Ja, schon so in dieser Farbe. Auch in beige. Irgendwas Freundliches. Aber warte, bevor ich das vergesse, wollte ich hier diese Bücher vielleicht nochmal mitnehmen. Oh mein Gott, was ist das? Kann ich nicht lesen, aber egal. Also hier müssen auf jeden Fall überall Bücher rumliegen. Das ist ja schon mal wichtig in so einer Bücherei. Vielleicht können wir da ganz hinten in die Tür... Vielleicht können wir da einfach so ein Bett reinstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da reinpasst. Aber wenn man sich vorstellt, dass man quasi die Türen links und rechts zumacht... Wir gucken gleich mal. Wir brauchen jetzt erstmal eine Farbe. Creme Weiß. Genau, sowas. Uh, Kupfer. Leicht cremig. Heller Pfirsich. Ja, das ist auch schön. Vielleicht nehmen wir den da. Heller Pfirsich. Könnte vielleicht sogar zu wenig sein. Das sieht genau aus wie die Farbe, die wir da jetzt hatten. Das ist genau perfekt, so wie man mir das vorgestellt hat. Es soll halt freundlich sein und nicht zu auffällig. Weil das soll ja nicht von den Büchern ablenken. Eventuell sieht man ja sowieso gar nichts mehr. Kann auch sehr gut sein. Die ganzen Wände, beziehungsweise auch die Fenster, sind ja wahrscheinlich voller Regale gleich. Ich muss immer überall oben und unten streichen. Könnte ich ja auch theoretisch die Fenster verkaufen. Ich meine, ich will das nicht machen, aber das sieht mich nur, ob es gehen würde. Kann ich auch innen streichen? Ne, das geht nicht. Ich kann wahrscheinlich auch die Fenster nicht wirklich durchtauschen mit irgendwas anderem. Und die Decke. Die Decke muss definitiv auf jeden Fall weiß. Die werde ich glaube ich nicht in der Farbe streichen. Geht das überhaupt? Doch schon. So Leute, ich streiche jetzt erstmal das Ding hier und dann, falls es irgendwas Neues gibt oder falls ich irgendwelche Ideen habe, dann melde ich mich gleich nochmal. So, die erste Wand sieht schon mal sehr schön aus, finde ich. Wenn man hier so reinkommt, im Vergleich zu dem, was vorher war. Das ist doch schon mal gut. So, das sieht doch schon mal sehr hübsch aus. Die Frage ist, was machen wir mit der Wand und der da hinten und der oben? Also oben, ja, wie gesagt, ich wäre ein Freund von weiß. Aber was machen wir mit hinten und vorne? Eventuell könnte man in Richtung braun gehen, also so ein bisschen abgestuft. Ich gucke gerade Hasenrosa, helle Koralle. Würde das so passen von der Farbrichtung her? Schwarz wäre mir zu dunkel, glaube ich. Rosa Schatten. Ach, du hast doch einen Schatten. Rosa wie See. Man könnte ja theoretisch auch an der Decke nicht komplett weiß machen, sondern vielleicht auch so ein bisschen abgedecktes Weiß. So was hier. Zuckerwatte. Erdbeermilch. Sieht man da überhaupt den Unterschied? Orange, rosa. Das wäre dann ein bisschen dunkler. Sieht aber fast genauso aus wie das. Naja gut, es kann immer sein, wenn man das dann aufhebt, dass es dann doch wieder anders wirkt. Es sieht ja hier immer anders aus als dann auf der Wand, leider. Goldener Champagner. Das wäre natürlich auch cool, weil es ist eher ein bisschen Richtung gelb. Weißer Schnee, Porzellangrau. Ich glaube, dann würde ich schon weißer Schnee nehmen. Oder sowas hier. Babypuder. Stilvolles Kaki. Wo ist das Kaki? Kaffee Latte. Wir versuchen mal Babypuder für die Decke. Mal sehen, wie viel ich da so brauche. Ich habe auch das Gefühl, es wird jetzt gleich dunkel. Was machen wir? Wo ist mein Lichtschalter? Vielleicht kann ich einen Lichtschalter kaufen. Und dann geht das an hier. Der Eingang ist ja übrigens grün. Das würde ja auch ganz gut zusammenpassen. Und ich kann halt auch nicht schlafen. Schalter. Such mal nach Schalter. Man könnte den mal wieder nehmen. Oder sowas hier. Was passt denn bitte zu so einer erfahrene Bibliothek? Ich habe keine Ahnung. Das hier. Der sieht lustig aus. Na ja, farblich gesehen nehmen wir einfach mal das. Passt sowieso schon so, wie es gerade ist. Perfekt. Dann gehst du hier rein. Genau. Dann kannst du hier nämlich gut Licht anmachen. Oh, das sieht wirklich sehr schön aus. Nehmen wir erst mal das Teil hier. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt weiß haben wollte. Hm. Das ist ja Babypuder. Ich wollte hier oben das machen. Oh mein Gott. Das wird ja richtig lang dauern, bis ich das hier gestrichen habe. Oder auch nicht. Es geht eigentlich. Man braucht halt nicht ganz so viel Farbe. Habe ich das nicht auch geskillt, dass ich nicht mehr so viel Farbe brauche? Oh Gott, diese riesigen Paletten. Ich muss gestehen, ich habe sehr selten mal überhaupt eine Decke gestrichen. Aber es geht tatsächlich. Es geht ja relativ schnell. Und ich brauche auch wirklich gar nicht so viel Farbe. Okay, Leute. Merkt euch das. So sieht es jetzt aus. Und ich zeige euch, wie es jetzt gleich aussehen wird. Okay, das macht auf jeden Fall schon mal was aus. Aber ich glaube, ich möchte da nicht Babypuder haben. Sondern ich hätte gerne irgendwie nochmal eine andere Farbe. Aber auch nicht unbedingt die. Sondern, tja, welche? Ich habe einfach Lust, mal Erdbeermilch zu probieren. Also generell, lecker. Naja, aber ich will mal gucken. Weil das so von der Farbe her vielleicht. Äh, nee. Hält das auf überhaupt? Okay, es kostet 8 Euro. Oh mein Gott. Let's give it a try. Vielleicht sieht es ja total mega aus. Aber definitiv muss natürlich hier oben auch nochmal die Decke gestrichen werden. Ich finde es halt nur schade, dass die Leute gar nichts dazu sagen, wenn man hier so schön streicht. Normalerweise müssen sie sagen, ach, wie wunderschön, sie haben hier gestrichen. Sieht ja ganz anders aus als vorher. Jetzt möchte ich hier unbedingt einziehen. Ah, kommt leider nicht. Und das passt sogar auch zu dem Grün. Vielleicht könnte man hier auch nochmal anders grün streichen, weil es sieht so ein bisschen oll aus. Man sieht das nicht so richtig, weil es hier so dunkel ist. Es ist natürlich sehr schlimm, wenn man hier dann schläft. Kann ich das eventuell verkaufen, diese Rücktür? Ich könnte diese Rücktür verkaufen. Ich mache das mal. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir hier ein bisschen viel Luft drin. Kann ich hier eine Wand reinziehen? Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier... Kann ich hier eine Wand reinziehen? Okay, hier könnte ich eine Wand reinziehen. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass das da geht. Aber was passiert denn? Das sieht ja dann von außen richtig doof aus. Warte mal. Was kann man denn machen? Kann ich hier vielleicht einfach einen Schrank reinstellen? Vielleicht habe ich hier einen Schrank, der genau so reinpasst. Uns ist dann egal, wie es von außen aussieht. Hauptsache es sieht von innen gut aus. Sowas hier. Hölzerner Kleiderschrank zum Beispiel. Einfach nur mal, um das zu probieren. Oh Gott. Ähm, der ist vielleicht ein bisschen sehr hoch. Wir brauchen einen, der etwas niedriger ist. 1,25 Meter. Zwei Meter. Ein Meter? Ach nee, das ist die Breite. Ich hätte gerne etwas schmaleres. Äh, etwas niedrigeres. Kleiderschrank. Nein, doch nicht so niedrig. Man kann das stapeln. Dann wäre es cool. Wenn ich das hier so reinkriegen könnte, dann zwei nebeneinander. Zack und zack. Passt nicht, glaube ich. Oder doch. Vielleicht passt das doch. Ich versuche das mal gerade, ob das vielleicht geht. Ob man den dann auch hochstapeln könnte. So ein Hochstapler. Ein Hochstapler-Schrank. Oh mein Gott, das geht, glaube ich. Und dann hier oben noch einen drauf. Jetzt habe ich braun. Ich habe gar nicht geguckt, was ich will. Oh Gott, das ist ja voll hässlich. Warum tue ich das? Auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass das gehen würde. Vielleicht wäre sowas hier in der Art auch besser. 50 mal 100. 200 ist auf jeden Fall zu groß. Der. Und dann nehmen wir halt was Hübsches. Wir könnten ja hier hinten so brasilianische Walnuss nehmen. Und dann einfach so ein Orange vorne. Weiß nicht. Ich glaube nicht. Schoko Mahagoni ist auch cool. Probier es mal damit. Schoko Mahagoni. Ich brauche hier Licht. Ich sehe einfach nicht das vorne. Ah, aber es passt genau. Ich setze das jetzt erstmal oben drauf. Auch wenn ich jetzt gerade nicht sehe, was ich mache. Ich kann es immer noch hin und her schieben. Oh, es passt genau. Okay, dann nehme ich direkt nochmal zwei nebeneinander. Kann ich die ja gleich verschieben. Dann verkaufen wir das andere und machen hier Licht. We need a little bit light. Light, 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 light. Oh, das sieht gut aus. Direkt das erste. So eine kleine. Genau. Ne, ne, kein kühles Licht. Rosa. Ich glaube, wir nehmen einfach hell. So, genau sowas hier. Dann brauche ich natürlich noch einen Lichtschalter. Wenn ich den doch jetzt nochmal duplizieren könnte. Wie war das noch? Ah, da ist er ja. Hier. Wir können ja so tun, als ob man halt hier reinkommt. Es geht halt einfach perfekt zu. Das muss eigentlich auch weg. Wir brauchen nur eine Tür. Oder, ne, vielleicht auch nicht. Weil man muss ja auch, man weiß ja nicht genau, wo man dann quasi ankommt. Jetzt sag mir nicht, dass das nicht passt. Hä, das andere hat doch gerade gepasst. Das stand doch nebeneinander. Was ist das denn jetzt für ein Schmuh? Hä, das ging doch gerade. Wieso? Geht das jetzt nicht? Okay, dann versuchen wir das mal so. Jetzt echt jetzt? Hm. Das ist ja ganz komisch. Warum hat denn der andere gerade gepasst? Ich versuche das nochmal von der Seite vielleicht. Vielleicht geht das ja jetzt. Sonst muss ich den mit dem anderen da kombinieren. Aha, guck mal eine an. So rum geht das, wenn ich mit rechts anfange. Weiß ja nicht, was das jetzt für einen Unterschied macht, aber okay. So, und dann gucken wir mal, wie das von außen aussieht. So, jetzt haben wir nämlich automatisch hier auch einen richtig coolen Kleiderschrank. Nice. Hä, voll gut. Hier brauchen außen noch Lampen, wo ich das gerade sehe. Wandleuchten. Entweder sowas oder sowas. Oder was Modernes. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir was Modernes haben wollen. Oder das sieht natürlich auch sehr süß aus. Oder das da. Oder sowas ganz altmodisches. Guck mal, wie groß das Teil hier ist. Geht das hier nicht? Ist das keine Wand? Das kann ausschließlich an Wände gehängt werden, sagt er mir. Aber das ist doch eine Wand. Hä, was ist das Problem? Gartenlampe. Wandlampe. Vielleicht muss ich sowas eher nehmen. Man kann hier außen einfach keine Lampe dranhängen. Das ist ja ätzend. Das wird irgendwie nicht als Wand gesehen. Hier drinnen geht das. Upsi. Das ist generell eigentlich ganz cool. Könnte man vielleicht hier drinnen auch nochmal benutzen. Ich glaube, ich würde auch das Grün hier vielleicht nochmal umstreichen. Muss man eben von der Seite gucken. Ja, das geht voll, ne? Vielleicht machen wir das hier auch. Dass wir das hier auch rausnehmen. Und dann haben wir nur eine Wand. Weil irgendwo muss ja das Bett hin. Oh, wir brauchen so ein richtiges Klapp-Mini-Bett. Wie kriegen wir das hin? Kriegen wir schlau hier so ein Schlafzimmer hin? Hier unter Bett vielleicht? Das wird wahrscheinlich schon zu groß sein. Ich hole das mal kurz raus. Okay, also wenn die Tiere jetzt hier nicht wären, könnte man das hier so hinstellen. Auch gerade so direkt hier so dran. Das würde passen. Okay, das ist schon mal gut. Das sieht sogar auch sehr schick aus, das Bett. Das ist auch so ein Einzelbett. Andere fand ich noch schöner. Oder sowas. Einzelbett Justin. Ja, das wirkt für mich noch ein bisschen schmaler. Aber da hätte ich eher das Gefühl, wenn man das so fährt, dass das dann so klirrt. Immer so. Hauptsache ich mache ein Klirren nach. Ja. Oh mein Gott. Oder ein Etagenbett. Oh. Oh, wisst ihr was auch? Ne, geht gar nicht. Was richtig cool wäre, wenn man hier einfach so oben ein Bett hätte. Also ein Hochbett. Und unten drunter eine Arbeitsfläche. Also so. Ja gut, ich meine, die brauchen wahrscheinlich keine Arbeitsfläche unten drunter. Weil die arbeitet ja sowieso da. Die hat ja da vorne ihren Arbeitsplatz. Also eigentlich braucht sie das nicht. Bett mit Muster. Das ist bestimmt zu breit. Oh. Ah, das ist ja natürlich nice. Schade, dass das so nicht passt. Weil das halt gleichzeitig eine Couch auch sein könnte. Das sieht doch mega ungemütlich aus. Ne, eigentlich muss hier nur ein Bettchen rein. Wir müssen jetzt halt das richtige Bett finden, was zu uns passt. Oha, das ist auch cool. Oder das da? Ne, das ist mir irgendwie zu massig. Da würde ich doch eher das Stangenbett sogar bevorzugen. Oder so ein Teil hier. Aber halt mit einer schöneren Farbe. Das sieht nicht so schick aus. Boah, das ist so ein bisschen abgespaced. Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so mein Ding ist. Schwarz. Ach du Schreck. Pastellrosa. Das ist halt einfach so von den Farben her nicht wirklich das, was ich gut finde. Aber das wäre halt cool, weil das so schmal ist. Das muss ich eigentlich im Auge behalten hier. Es gibt kein schmaleres. Oh, das ist auch nochmal ein Dunkel. Das ist ein Bett. Okay. Das ist natürlich sinnvoll, weil man dann hier ein Bett und eine Couch hat gleichzeitig. Am liebsten wäre mir, wenn ich diesen Schrank finde, wo man das Bett so ausklappen kann. Oder das Teil. Das ist auch sehr gut. Oder sowas hier. Oder das Teil. Eigentlich ist das mit am besten. Jetzt haben wir hier natürlich nicht diese Holzorte, die ich da hatte. Dunkle Nuss könnte man vielleicht nehmen. Bettbezug. Sowas irgendwie eine Art. Wisst ihr, was mich ärgert? Dass das in die Richtung geht. Sonst müssten wir halt die Tür rausnehmen. Na gut, können wir auch machen. Dass man dann sagt, hier kommt das Bett hin. Machen wir die andere Tür dazu. Hier liegt natürlich mein kleines Hündchen da im Weg. Aber dann kann man hier halt noch unten drunter was packen. Kannst du mal kurz bitte gib dich mal woanders hin? Oder warte mal. Hol mal. Hey. So, schnell. Schnell das Bett holen. Nein. Danke. Okay, ich... Es tut mir so leid, aber ich glaube, ich muss dich nach draußen setzen. Ist das okay? Könntest du dich vielleicht auch draußen ein bisschen spielen? Hier, guck mal. Und der sieht so richtig trüb aus, ne? Der hat richtig viel mitgemacht, der Kleine. Guck mal, hier sitzt du. Jackie. Jack, Jack. Können wir dann hier die Tür so zumachen? Da würde das Teil hinpassen. Ist mir egal, ob man da unten auch an den Schrank drankommt. Weil darum ging es mir ja eh nicht. Es geht mir nur darum, dass man hier dann auch schlafen kann. So, und dann müsste man prinzipiell diese Tür hier rausreißen. Und das dann durchtauschen mit den Schränken hier. Jetzt kann ich ja sogar auch schlafen. So, ich sag mal kurz ein Stückchen zur Seite schieben. Dann verkaufen wir das da. Und machen genau das Gleiche. Oder kann ich hier sogar eine Wand bauen? Höchstens, wenn ich den Sturz rausreiße, dann geht das wieder oben nicht. Ne, 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 komm, lass das mal machen. Ne. Jetzt ist der Schrank weg, den ich hatte. Welcher war das? Ich glaube, der war das. Schoko Mahagoni? Und Orangisch war das. Ich hoffe, dass ich jetzt hier das Richtige ausgewählt habe. Ich weiß nicht, ob das hier die gleiche Reite hat. Doch, es scheint genau die gleiche Reite. Oh. Ich will auf jeden Fall nochmal gleich nach draußen. Und es passt einfach genau rein. Optimal. So, ich muss einmal gucken, ob es auch von außen okay aussieht. Ich glaube, könnte man so lassen. Wird es jetzt... Man könnte es einen Tick weiter reinschieben. Aber eigentlich will ich das nicht unbedingt. Weil ich ja dann drinnen noch weniger Platz habe. Deswegen ist mir das eigentlich lieber so. Und dann stellen wir das einfach hier so davor. So weit wie es geht. Das heißt, hier kann sie jetzt drinnen schlafen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine schöne Farbe, damit das hier nicht so oll aussieht. Wir können ja Früchtekompott nehmen. Ah, oder ist das zu dunkel? Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie gerade das Bedürfnis, dieses Früchtekompott zu nehmen. Weil ich die Farbe hübsch finde. Und den Namen cool. So, mal abwarten. Super. Echt, ich finde das sogar auch mit diesem Grün richtig schön. Das Grün bleibt jetzt zwar nicht, aber es sieht gut aus. Das auch auf der anderen Seite hier machen. Ich glaube, ich werde es sogar auch im Eingangsbereich auf der anderen Seite übernehmen. Weil es einfach sehr schick aussieht. Komm mit, mein kleines Töpfchen. Das malen wir erstmal in der Farbe an. Und ich glaube, innen lasse ich dieses Grün. Das da. Und sogar hier könnte man auch eigentlich die Tür rausnehmen, wenn man wollen würde. Ah, das überlege ich nochmal. Ich weiß nicht genau, ob ich das möchte oder nicht. Aber da will ich auch gerne wieder die gleiche Farbe haben. Einmal die da. Oh, es ist fast leer. Verdammt. Hä, wieso? Warum habe ich jetzt negativ gekriegt? Hä? Oh nein, jetzt ist die Farbe... Ach so, deswegen habe ich negativ gekriegt, weil die Farbe leer ist. Oh, wie ätzend ist das denn jetzt? Oh nee, jetzt muss ich diese Farbe vielleicht einfach nehmen. Könnte ich die Farbe nehmen sonst auch stattdessen? Dann nehme ich die hier für den Eingang. Die passt farbtechnisch sowieso ein Tickchen besser als das drinnen. Ja komm, das ist auch gut. Und für die Decke halt wieder das schöne Baby-Puder-Weiß. Es klingelt. Es klingelt. Hä? Hallo? Kommt da jemand? Fährt jetzt gleich ein Zug vorbei? Da fährt jetzt gleich ein Zug vorbei. Hi. Ist da vorhin auch schon einer vorbeigefahren? Ja moin. Habt ihr noch ein paar Dalmatiner für mich vielleicht? Ich würde noch so zwei, drei nehmen. Wobei, eigentlich lieber nicht. Ich habe sowieso schon so viele Tiere. Und immer keinen Platz. Sollte ich eine Farm haben, dann habe ich natürlich mehr Platz für meine Tierchen. Aber die Farm, die ist auch noch so ein weiter Ferne für mich. Oh man ey. Was habe ich hier getan? Okay, jetzt stimmt's. Ja, hier können ja vielleicht auch noch einfach irgendwelche... Oh, weiß ich nicht was hin. Hier links ist der Einstieg jetzt. Das können wir merken, weil rechts ist ja beim Zu auf der anderen Seite. Dann könnte man hier auch zumachen. Vielleicht macht man dann hier auch schon mal irgendwas hin. Weiß noch nicht genau was. Mal gucken. Das Einzige, was wir natürlich nicht hier drin haben, ist ein Badezimmer. Ja, das ist ja schwierig. Ne, okay. Wie erklärt man das? Wie erklärt man, dass man jetzt hier kein Badezimmer hat? Das muss man dann halt immer irgendwie draußen vor Ort machen. Und sie ist vielleicht einfach auch lange Strecken unterwegs und ist dann aber woanders zum Beispiel... Oder, Moment. Vielleicht... Ich habe eine Idee. Kriegen wir vielleicht so ein kleines Waschbecken? Wirklich so ein Mini-Waschbecken? Was ist denn das klitzekleinste Waschbecken, was es gibt? Aber dann brauchen wir hier auch eine Toilette, ne? Das geht ja gar nicht. Wie soll denn das gehen? Kann ich hier noch was abknapsen? Hier irgendwie? Kann man hier noch eine Toilette hinbauen? Ich glaube... Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie die Möglichkeit habe... Oh, warte mal. Das geht doch. Man kann hier eine Wand hinbauen. Dann machen wir hier noch eine Toilette hin. Okay. Ja, dann... Dann brauchen wir ja wohl Anschlüsse, ne? Installation. Achso, verdammt. Ich weiß nicht genau, welches ich brauche. Ich glaube, das ist das Kürzeste, was man nehmen kann. Es geht in die Wand rein. Wie kurz bist du denn? Ja, das passt ja ganz gut so. Hier oder hier gegenüber, wenn dann hier die Wand reinkommt, kriegen wir das da so hin? Dass dann hier Toilette und Waschbecken drin ist. Okay, können wir versuchen das mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so klappt. Genau hier. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch so eine Tür. Ich weiß doch, dass es hier noch so diese Schiebetüren gibt. Da, eine Zugfalttür. Zug-Schiebetür. Die wäre mir lieber. Was ist denn das hier eigentlich? Wir könnten eine grüne nehmen. Oder warte mal. Ja, so. Ich hätte ja schon gerne, dass es vielleicht auch passt. Kaffee. Andersrum vielleicht. Kaffee und dann Innengrün. Könnte man nehmen. Rauner Kaffee. Geht es nicht nach Dunkelbraun? Ja, so. Dunkelbraun. Oder wir nehmen dieses Violett. Das ist auch gut. Wieso geht das hier nicht? Ach nee, jetzt sag nicht, das ist zu wenig Platz. Das ist zu wenig Platz, weil man die so nicht öffnen kann. Mhm, verstehe. Ach man, ist das ärgerlich. Dann muss ich doch eine andere Tür nehmen. Die kann man vielleicht auffalten. Vielleicht funktioniert das. Also ich hätte schon gerne irgendwie so eine Tür hier. Warum geht denn das nicht? Manu, muss doch gehen. Ach so, ich weiß, was das Problem ist. Ich bin so blöd. Ja klar, ich muss natürlich hier, ich muss einen Sturz haben. Jetzt habe ich mir wieder auf vollster Linie hier versagt. Super, ey. Hab vergessen, dass man das ja gar nicht so macht. Schauen wir hier links noch einen oder rechts? Hier. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich hoffe, das ist genug. Und dann müssen wir nämlich hier jetzt oben noch den Sturz reinziehen. Gott sei Dank habe ich noch nicht gestrichen. Sonst hätte ich das jetzt auch nochmal machen müssen. Und vielleicht geht dann ja jetzt auch diese Tür. Muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Ah, wenn es jetzt nochmal nicht geht, dann... Ah, ja. Es geht. So. Okay, sehr cool. Keine... Was ist denn jetzt dein Problem? Hier kommen gleich ein Haufen von Büchern. Oh, das wäre so cool, wenn das jetzt passt. Alter Scheiße, ist das eng. Es ist, es ist eng. Ist okay. Es soll ja auch eng sein. Wir wollen das so. Die Frage ist halt nur, kriegen wir das hier nebeneinander? Hier guckt man dann mitten auf die Toilette. Das heißt, da muss ein Waschbecken auf jeden Fall hin. Also einmal Spüle. Ne? Das kann ja hier so irgendwie hin. Vielleicht, vielleicht rechts noch Platz für einen Waschbecken. Äh, für einen Dingsbums hier. Handtuch meinte ich natürlich. Gegenüber brauchen wir dann das hier, hängendes WC. So, genau. Oh, ich hoffe so, dass man hier noch reingehen kann. Hier brauchen wir einfach das klitzeklitzekleinste Waschbecken, das es gibt. Da haben wir sie. Ganz schlicht. Oder so. Dunkle Monstera-Blätter, finde ich ganz witzig. Hä, das wäre ja voll gut gewesen für unser Dschungelklo. Naja, machen wir es hier. Gott, ich hoffe, dass das funktioniert. Dass man noch irgendwie durch die Tür reinkommt. Hä, hä, hä. Hä, 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 hä. Hä, ist ja voll easy. Okay, ich habe mich schon voll die Sorgen gemacht, dass das nicht geht. Nein, jetzt haben wir hier drin auch gar nicht mehr die Farbe von der Wand. Vielleicht machen wir einfach nur diese Farbe. Guck ich gleich mal. Aber wir haben für außen auch nicht mehr die Farbe. No. Und einmal bitte ein Mini-Waschbeck. Das ist ja eigentlich auch sehr klein. Das könnte man eigentlich auch nehmen. Oder das ist auch klein. Das ist auch gut. Ich glaube, ich nehme das da. Farblich. So. Ja, hell. Passt das dann trotzdem noch? Ich schiebe das ja jetzt noch an die Wand dran. Dann hoffe ich mal, dass sich das dann damit erledigt. Oh, oh. Ich kann ja jetzt dahinter gar nicht mehr richtig streichen. Na gut. Wenn man es eh nicht sieht, dann ist es ja auch egal. Cool. Kleine Toilette. Dann nehmen wir die Farbe, die wir überhaben. Für hier. Oder wir nehmen es einfach für den gesamten Raum. Ich glaube, ich nehme es für den gesamten Raum. Ja, und prinzipiell muss man ja außen auch mal gucken. Jetzt haben wir ja von außen so einen weißen Kasten hier. Vielleicht nehmen wir das dann auch für außen. Das wäre natürlich schön, wenn wir dann hier die Farbe hätten. Aber egal, haben wir nicht. Macht nichts. Ich muss sie übrigens verkaufen, die Farbe, die da noch steht. Ja, es ist halt sehr knapp hier mit der Tür. Aber da können wir wenig machen, leider. So, das war nämlich leer. Jetzt geht es den Leuten auch wieder besser. Guck mal, jetzt haben wir doch das auch erledigt. Jetzt haben wir ja auch eine Möglichkeit, hier uns frisch zu machen. Duschen. Ja, ich würde sagen, wir holen uns ein bisschen Trockenshampoo. Das war es dann auch. Da können wir ein bisschen mal hier lüften. Oder hier noch so ein süßes Rollo dran machen. Mit Punkten finde ich eigentlich ganz niedlich. Oder so ein Gestreiftes, auch cool. Ne, wir nehmen das. Geht nicht. Naja, war ja auch nur eine Idee. Schade, dass man hier nichts vormachen kann. Ist ja ein bisschen doof, aber egal. Ich brauche auf jeden Fall noch einen kleinen Spiegel. Falls der hier passt, würde ich den gerne nehmen. Dunkles Grau. Oh mein Gott. Och Mann. Ich dachte irgendwie, das ist eigentlich so riesig. Sonst, der da gleicht. Könnte auch sein, dass der riesig ist. Oh, der ist ganz gut. Farbe ist vielleicht nicht so perfekt. Dunkle Bucher. Ah, brasilianische Walnuss. Wobei, hier haben wir gar nichts mit brasilianische Walnuss. Dann nehmen wir lieber weiß. Okay. Das haben wir schon mal. Da brauchen wir definitiv noch ein Handtuch. Kleiner Handtuchhalter. Was heißt denn klein? Das ist ja nicht klein. Das ist ein bisschen sehr groß. Man kann auch meistens dann nur, weil es immer so wenig Platz ist, immer nur so den gleichen nehmen. Das ist alles viel zu groß. So was hier könnte man auch nehmen, aber da hängt halt ja kein Handtuch. Das heißt, man muss wieder dieses Ding hier nehmen. Oder den da kann ich ja mal nehmen. Hatte ich den auch schon mal? Oder so was. So ein kleines hängendes Handtuch. Ach, dann nehmen wir halt das da. So ein bräunliches. Noch nicht mal der passt hier hin. Da oben würde er passen. Das ist auch der einzige Platz. Dann halt nicht. Dann halt doch so einer. Meeresblau. Toll, siehste. Der passt wieder. Nehmen wir einen schwarzen Halter. Okay. Oh, weißt du, ist das knapp? Irgendwie da stößt er da gegen die Wand oder dagegen? Wir brauchen noch eine Klobürste. Einen Klobürste. Farbe. Was hatten wir denn hier? Türkis hatten wir gerade, oder? Das war das. Ja. Dann nehmen wir auch das hier wieder. Können wir auf die Seite. Oh, Toilettenschild. Wichtig. Da wird auf jeden Fall nur für eine Toilette Platz sein. Der Rest ist mir zu viel. Die müssen sich das hier teilen. Es ist ja auch nicht viel los. Wir haben ja nicht so viel Platz hier drin. Oh, das ist ja auch richtig süß. So was Weihnachtsmäßiges. Oh. Können wir das hier irgendwie so? Kann das leuchten? Nö. Vielleicht eher in den Eingang. Hier so ein bisschen. Dass man hier so Deko hat. Kurze Weihnachtskette mit Sternen. Ja. Das würde ja jetzt hier auch so thematisch ein bisschen passen zum Weihnachtsthema. Hier vielleicht auch noch. Dann haben wir so ein bisschen wenige Weihnachtsdeko. Ach so. Die könnte man sogar... Ah, die kann man übereinander hängen. Das ist ja cute. Da muss ich ja mal überlegen, ob ich das da überhaupt auf der anderen Seite hier da auch haben will oder nicht. Doch. Sogar das passt ja. Oh. Ja. Da bin ich ja ganz... Nein. Das passt genau gerade nicht. Äh? Muss ich ein bisschen verschieben. So. Jetzt haben wir... Naja, konsequenterweise muss ich hier eigentlich auch weitermachen, ne? Ah, verdammt. Was mich ein bisschen ärgert ist, dass ich jetzt gar nicht genau mir die Farbe angeguckt habe. Ich hätte es wahrscheinlich noch besser machen können. Wobei, naja, es ist halt grün und gold. Das ist eigentlich schon okay. Jetzt kommt das hier nicht perfekt. Naja, egal. Das hat keiner gesehen. Es ist okay. Es ist okay. Und es sieht sehr hübsch aus. Eigentlich hätte ich gerne auch noch so ein paar Lichterketten. Toilettenpapier. Da war ich eigentlich gerade bei. Gibt es den nicht auch in... Ja, dann nehmen wir den. Es ist ja alles wichtig. Man braucht ja hier auch eine Toilette. Eigentlich ging es mir ja nur um diese ganzen Regale. Aber irgendwie... Das Ganze drumherum ist ja auch nicht unwichtig. Wo sollen wir denn hier noch mehr Toilettenpapier hinstellen? Wir haben ja gar nichts. Vielleicht brauchen wir sonst... Naja, egal. Die Leute nehmen das eh nur mit. Deswegen machen wir das nicht. Wir müssen das dann quasi dann immer nachlegen. Das ist hier unten drin. Ah, guck mal. So. Jetzt lohnt sich das auch. Jetzt wissen wir auch, dass hier auf jeden Fall Toilettenpapier noch drin ist. So. Und vielleicht eine kleine Seife. So eine kleine Seife nur. Die man da oben draufstellen kann. Oder das da. Farbe. Okay. Sieht sogar so ein bisschen so buchhandlungsmäßig aus. Es fällt runter eigentlich, wenn man fährt. Kann man das nicht irgendwie so ein... Tja. Eigentlich brauche ich irgendwas, was so in der Wand befestigt ist. Aber ich glaube nicht, dass es das gibt. So etwas, was direkt aus der Wand rauskommt. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Oder so eine komische Seifenschale. Die ist aber eventuell... Ist nicht nur eventuell. Die ist auf jeden Fall viel zu groß. Weil die fällt ins Waschbecken rein. Die ist vielleicht nicht ganz so riesig. Weißer Stahl. Guck mal. Das würde doch eigentlich vielleicht... Dann lieber so. Das ist zwar ein bisschen nicht so cool. Weil eigentlich mag ich das nicht so gerne. Aber es erfüllt seinen Zweck. Vor allem, wir haben hier gar keine Lampe. Ich halte mich mal hier an diese Dinger. Ich bin mir sicher, dass das nicht so verkehrt hier drin ist. Pastellrosa. Was hatten wir gehabt? Ich glaube, wir hatten einfach nur hell. Ich könnte einfach mal das hier nehmen. Oh. Ah, da muss ich ja gucken, weil das ist so schräg. Vielleicht habe ich mich nicht unbedingt für die richtige Farbe entschieden. Äh, naja. So schlimm ist es nicht. Okay. Und man macht natürlich hier drinnen Licht an. Weil von außen kann sonst jemand, die einen Streich spielen, macht dann einfach mal Licht an und aus. Okay, cool. Jetzt haben wir ja schon mal dafür gesorgt. Sie hat eine Möglichkeit, hier zu schlafen. So. Wenn sie dann fährt, macht sie natürlich hier die Tür zu. Die sieht auch eigentlich richtig oll aus, ne? Und die sieht so viel cooler aus, die Tür. Hm. Ich bin versucht, mir eine andere Tür zu kaufen. Die wäre natürlich auch Hammer. Ach, nee, nee, nee. Zugschiebetür. Das wäre ja die da. Aber dann würde ich gucken, dass wir, glaube ich, nicht unbedingt Violett nehmen, sondern ich würde dann Dunkelbraun und Dunkelgrün hier nehmen. Ich finde auch, Grün und Braun passen ja auch immer ganz gut zusammen. Und es passt auch so. Müsste ja auch genau die richtige sein. Ah, das ist, ich finde, von der Farbe her. Ist mir das jetzt schon wieder zu quietschig. Geht das nicht noch dunkler? Irgendwie leider nicht. Jetzt müssen wir ein Dunkelgrau nehmen. Nee, komm, wir nehmen lieber Dunkelgrün. Verkaufen wir die mal und gucken uns das mal an. Müsste ja perfekt passen. Passt auf jeden Fall. Was sagen wir denn dazu? Ach, haben die sich gerade gefreut? Das ist grau gewesen. Hm. I'm not sure, was ich jetzt gut finde. Ich bleibe jetzt trotzdem, glaube ich, erstmal hier bei. Das ist, denke ich mal, innen. War das eben auch innen? Boah, gar nicht drauf geachtet. Ja, wir machen das jetzt. Wir halten uns jetzt hier dran. Wir verkaufen die. Was ist das? Das ist eigentlich eher schwarz. Verkaufe ich auch. Da machen wir aber hinten vielleicht sowieso ja gar keine Tür. Lass sie dann erstmal einfach so stehen. No. Nix passiert. Alles gut. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch die eine Tür hier. Wie, keine teuren Sachen. Ich kaufe gerade Türen. Alter, ist das. Da wird man hier immer unterbrochen, weil man irgendwelche schönen Sachen kauft. Und dann meckern die nur. Okay. Gut. Was machen wir hier? Ich würde das hier gerne weiter fortführen. Ich mache das jetzt auch. Einfach, weil ich das so cool fand da hinten. Und weil ich das auch finde, dass es ganz gut passt zur... Der freut sich, dass er da seine Klamotten verteilen will. Nein. Hier kommen überall Bücher hin. Bücher und keine Ahnung was noch. Das passt doch richtig schön, wenn man hierher so reinkommt schon. Und dann vielleicht sind dann hier so Sachen ausgestellt. Sehe ich denn schon mal irgendwas cooles hier? Buch? Oh, das ist natürlich auch eine nice Idee. Einfach so Buchstaben da reinstellen. Stehen da Buchstaben. Stehen da Buchstaben. Kann ich da eigentlich jede Farbe nehmen? Oh mein Gott. Ich hätte da ja eine Idee, ne? Farbe? Was? Ich kann jede Farbe auch noch nehmen? Was nehmen wir denn dann? Wir haben ja da hinten Violett. Aber dann würde ich jetzt eigentlich gar nicht... Pastellrosa vielleicht? Oder Weiß? Ich glaube, ich nehme Weiß. Und dann machen wir das so. Boah, ich bin ja gespannt, ob das funktioniert. Jetzt kann ich das Licht anmachen. Wow! Was ist das cool? Oh super, das bleibt auch gleich. Die Farbe bleibt. So. Buu. Oh. Muss gleich noch wahrscheinlich verschieben. Buu. Buu. Book? Ich hätte es natürlich auch Deutsch schreiben können, aber ich glaube, es gibt kein Ü. Bücher. Ich habe halt überlegt, Books zu schreiben. Wenn wir das hier so andrehen. Books? Ne. Den will ich nicht. Oh. Jetzt hat sich alles verschoben. Dann schiebe ich das lieber so ein bisschen hin und her. What? Was sollte das denn jetzt? Oh. Kann ich das jetzt nicht mehr benutzen? Jetzt kann ich es nicht mehr anmachen, oder was? Muss ich das verkaufen? Ich glaube es hier nicht. Das auch? Ich kann es nicht mehr anmachen. Jetzt muss ich die Dinger nochmal holen. Äh. Ist das eher geilig? Gott sei Dank ist das Wort nicht so lang. B. O. O. B. O. O. K. So ein bisschen eindrehen. Book. Oh Gott, das hat sich schon wieder verschoben gerade. Bloß nicht weiter anschieben hier. Hehehe. Da braucht man fast auch kein Licht hier. Hä? Meine Ketten sind weg. Hä? Was soll das denn? Oh, ich hasse es. Kleine Neon-Buchstaben. Da kann ich ja dann auch noch sowas hier schreiben. Sowas wie Willkommen oder so. Ist vielleicht ein bisschen lang. Mal gucken, ob das geht. Oder Eingang. Ist glaube ich auch zu lang. Vielleicht brauchen wir einfach einen Namen. Wie wäre es einfach mit meinem Namen? Zanzi. Z. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Das ist ja total doof gewesen von mir. Zahn. Oh nein, warum habe ich nicht gleich das zweite Z gekauft? Ich trottel. Zahn. Zanzi. Hä? Voll cool. Mach das Licht an. Zanzi. Ha? Und man könnte auch vielleicht ein... Gibt es sowas wie ein Award? Äh, Award? Ähm, Trophäe. Schrank für Trophäen. Oha. Bester Vater. Ja, das ist, äh, wow. Können wir nicht einfach so tun, als ob das was anderes ist? Eigentlich muss das ja golden sein. Holz und Gold. Dunkeles Holz. Ach, der ist ja glitzeklein. Wir tun einfach so, als ob wir hier für die beste Bücherhalle oder die außergewöhnlichste Bücherhalle irgendeinen Preis gekriegt hätten. Schrank für Trophäen. Leider haben wir nur keine. Das ist ein bisschen traurig. Achso, ich bin ja noch am überlegen, ob ich hier auch noch diese Deckenlampen nehme für den Zug innen. Oder, oder ob ich das so lasse. Das ist natürlich ein schöneres Licht eigentlich. Ah, es sieht fast so ein bisschen gelb aus. Aber es soll ja auch so ein bisschen gemütlich sein. Ich würde auch gerne hier noch so ein paar Regale dann reinziehen. Also es werden sehr viele Regale, die, denke ich mal, werden. Oder so eine Lichterkette wollte ich ja auch noch. Weihnachten. Ah, warte mal. Anlässe, Anlässe. Moment mal. Ich finde, das Schwierigste ist immer, zu finden, was man sucht. Weihnachten. Das sind hier nur so hängende Dinge. Das wäre natürlich auch richtig süß, wenn wir auf der einen Seite so einen Weihnachtsbaum hätten. Kleiner Weihnachtsbaum. Der ist vielleicht nicht so. Okay. Der ist vielleicht wirklich einfach klitzeklein. Weil dann sieht man nämlich auch gar nicht, dass man da irgendwie weitergehen kann. Achso. Es. Ne. Dann gucken wir mal, wie groß das so ist. Aber ich finde, das passt eigentlich. Den könnte man sich mal überlegen. Das ist schon der kleinste. Weihnachtsbaum B vielleicht. Der sieht auch ganz gut aus. Doof nur, dass Lässi mal wieder im Weg rumliegt. Ah, hier kann man sogar auch noch den Weihnachtsbaum dunkler machen. Weiß mag ich prinzipiell gar nicht so gerne. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier für den Fall ganz cool aussieht. Ich finde nämlich das Weiß mit dem Lila ganz schön. Das Problem ist nur, dass es, glaube ich, nicht passt. Das ist natürlich sehr schade, dass das nicht geht. Aber der andere hätte ja, der hätte gegangen. Oh, warte mal. Der geht ja. Das ist der kleinste. Dann kann ich ja hier nochmal gucken. Die Lämpchen in Violett und Creme. Einfach mal gucken, ob das funktioniert. Farbe. Was ist denn hier die Farbe? Man weiß. Ach, das ist der Stern oben. Ja, der muss natürlich Gold sein. Die Weihnachtskugeln. Farbe. Schwarz. Können schon ein bisschen Farbe auch reinnehmen. Blau. Rot. Blumentopf. Rot und Blau. Doch nicht so gut. Das ist mir zu quietschig. Dann nehmen wir doch lieber sowas wie Creme. Creme und Rot? Ja. Ich glaube, das ist cool. So. Kann man das anmachen. Yay. Nice. Dann das jetzt zur Seite. Cool, 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 cool. Hier vielleicht noch ein Poster. Ich hätte gerne irgend sowas. How you doing? Irgend sowas, was mit Büchern zu tun hat. Ich habe jetzt natürlich leider nichts mit Büchern vorbereitet. Ah, sowas hier. So ein Comic wäre eventuell auch was. Weil Bücherei und so Comic, Kaffee. Oh, das ist auch cool. DC Comic. Ich nehme mal das hier. Oh, cool. Das sieht sehr gut aus. Ich bin mir gerade auch nicht so sicher, ob ich hier überhaupt was haben will. Oder ob wir das so lassen sollen. Ich glaube, ich gucke erst mal nach Regalen. Ich habe es zu 400 geladen. Waren das unter Cupboard? Oder unter Book? Unter Shelf? Ich habe auf jeden Fall viele Bücher. Das weiß ich. Das sieht halt auch süß aus. Könnte man vielleicht höchstens so in der Mitte nehmen. Es müssen ja auch nicht alle Regale gleich aussehen. Aber ich finde, das sieht halt nicht unbedingt aus wie Bücherhalle. Da muss man halt schon so ein bisschen mehr, ja, da müssen ein bisschen mehr Platz haben. Sowas vielleicht. Oder halt was mit Rückwand. Könnte auch ganz gut sein, weil sonst kann man ja hinten durchgucken. Bookcase. Das da. Oder sowas in schwarz. Ah, genau, die Dinger hier. Da würde ich vielleicht das hier nehmen. Maple. Da hat man halt auch so unterschiedliche Höhen. Kann man halt auch nochmal so ein niedrigeres nehmen. Das finde ich auch cool. So ein Bücherkorb. Harry Potter. Die ist doch voll gut hier für den Eingang. Oder sowas hier. Oh, das ist auch nice. Disney Books. Vielleicht passt das hier hier hin. Nein, jetzt sag mir doch nicht, das ist einfach zu hoch. Oh, doch. Es geht doch nicht, dass sich da oben was verschiebt. Uh. Wenn das geht, würde ich das hier, glaube ich, lieber hier unten hin tun. Oder eigentlich würde ich es gerne da drüben hin tun. Wo mein Pokal steht. Oh mein Gott. Es hat sich verdreht. Ah, es hat sich verdreht. Ich dreh durch. Ich muss Lessi mal ganz kurz raussetzen. Wir haben hier ein Problem. Lessi, mach mal hier fein draußen, bitte sitzt. Ich habe gerade sehr viele Probleme drin. Eieieiei. Okay, Leute, ich fixe das Problem mal gerade und dann sehen wir uns wieder. Ja, es dauert ein bisschen, glaube ich. So, das ist jetzt wirklich so ein bisschen Mississifussarbeit gewesen. Ich glaube, ich muss hier wirklich aufpassen, weil sobald sich irgendwas da verschiebe, muss ich alles neu machen, weil sich die Dinger hier irgendwie hin und her schieben. Das nervt. Das nervt und das ist sehr schade. Wir versuchen, dass das nicht passiert. Okay, das wird nicht funktionieren. Aber ich werde sie trotzdem schon mal rausstellen. Da werden wir einen anderen Platz für finden. Und das mit den Leuchtbuchstaben, das muss ich danach dann wieder reintun. Was ist das denn hier? Ist das auch sowas, was lehnt? Ja. Oh, okay. Das ist natürlich auch ganz nice, wenn man hier so ein bisschen so Einzelbücher quasi präsentieren kann. Book 4, das ist auch so eins, was steht. Ja, wir versuchen mal so ein bisschen wenigstens was hier reinzutun. So quasi, das sind halt die, ja, die Angebote. Sowas hier könnte man ja zum Beispiel auch hier auslegen. Das ist dann so Piano, ne? Dass man hier quasi so ein bisschen Musikzeitschriften hat, wo man was lernen kann. Ich habe mich schon gesehen, was war das hier noch? Musikbook. Das müsste eigentlich oben drauf. Das ist halt so schön auffällig. Dann machen wir dazwischen noch das da. Saxophon. Weiß nicht so genau, wie hoch man da stapeln kann. Ich kann das auch ein bisschen noch, dass man hier so ein bisschen mehr noch sieht. Nein, 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 nein. Es hat sich wieder irgendwas verschoben. Okay, aber es ist okay. Es ist noch nicht so viel passiert. Das ist schon wieder zu viel gewesen. Das ist das Problem, ne? Die Ideen sind gut und dann hat man ein Problem in der Umsetzung. Das ist halt von schrecklich. Das wäre auch so cool, wenn das hier reinpassen würde. Aber nee, das kommt auch hier rein. Da müssen wir gleich mal gucken, wohin damit. So ein kleines Blümchen eventuell wäre auch schön. Russianbooks. Das könnte man auch noch nehmen. Das ist so klein. Aber das ist halt auch wieder so ein bisschen spezieller, dass man hier dann so urlaubsmäßig, dass man dann so gucken kann, wo man hinfahren könnte. Das sind auch ja vielleicht so katalogmäßig eigentlich nicht. Das ist auch so was, was man so präsentiert. Ich hoffe, das geht. Das hat geklappt. Dann haben wir hier also die Kinderseite, ne? Da drüber kommt dann unser Books-Ding. Das ist auch super süß. Bookshelf. Das wäre auch eine Idee. Schade, das ist leider zu lang. Passt das hier irgendwo zwischen? Oh Gott. Da oben drüber eventuell. Ja, das ist halt quasi eigentlich auch nur so, ne? Das ist so dekomäßig. Da muss man ja jetzt nicht unbedingt dran kommen. Und wenn die da ran wollen, dann sollen die uns Bescheid sagen. Können wir ja runterholen. Das ist ein Guest-Book. Das ist cool. Ein Gueste-Buch. Vielleicht legen wir das hier unten rein. Dann können sich die Leute hier eintragen. Theoretisch brauchen wir da noch einen Stift. Was ist mit diesem Retro-Book-Case? Das ist ein bisschen eng hier. Aber ich würde es trotzdem mal mitnehmen. Vielleicht lockert das hier so ein bisschen was auf. Oh, ich habe eine Idee. Für da hinten. Ist das zu... Oh nein, ich glaube es passt. Alter, es passt genau. Super. Ja, 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 ja. Sehr schön. Wir brauchen auch eigentlich noch so eine Sitzecke. Die könnten wir vielleicht da hinten auch hin tun. Da muss man ja dann auch so Platz haben zum Schmökern. Dann braucht man vielleicht noch so ein paar... Naja, ich weiß nicht, ob wir Platz haben für Sitzkissen. Befürchte fast nicht. Vielleicht nehmen wir auch noch so ein Basket. Das sind dann so die Bücher quasi, die zurückgekommen sind. Ja, das ist eigentlich voll nice. Wenn man so dann seine Bücher halt zurückgibt, dann sind die halt quasi da. Die sind noch nicht einsortiert. Dann nimmt sie die Bücher mit und muss sie dann natürlich wieder zurückbringen. Hä, voll gut. Ah, es klingelt wieder. Ding, 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 ding. Okay, hier haben wir auch noch so ein bisschen was. Aber ich würde sagen, das sortieren wir vielleicht eher ein. Ich probiere mal ein bisschen rum, was hier so cool wäre. Man könnte auch hier direkt am Eingang so eine kleine Sitzecke machen. Vielleicht einen so einen Tisch, so einen kleinen, dass man dann hier so ein bisschen Recherche machen kann. Hm, ich bin gerade am überlegen, wie ich das machen würde. Man könnte ja so, ne? Moment. Ich muss erst mal hier die ganzen Farben zur Seite stellen. Brauchen wir vielleicht irgendwo noch? Ich weiß nicht, ich kenne mich ja. Meistens habe ich dann wieder irgendwas vergessen. Wo war das jetzt richtig? Ich weiß nicht, ob das die Mitte war. Äh, nein. Hier, das sieht gut aus. Ja, und jetzt kann man sich natürlich entscheiden. Möchte man halt gerne so? Ich würde sagen, ja. Dann hat man halt hier so ein bisschen Platz immer zum Gucken. Vielleicht hat man dann unten... Moment mal, ich glaube, ich nehme noch mehr davon. Also man könnte ja einmal hier so ein bisschen was Engeres nehmen, dass man hier so ganz viele Bücher hat. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo die Mitte ist. Ich habe da dann noch einen. Die freuen sich alle über ihre Dokumente, die sie da verstauen können. So, dann haben wir halt hier einmal so ganz viel, wo man gucken kann. Wo machen wir unsere Sitzecke? Ja, weiß ich nicht. Man könnte natürlich auch hier eine Sitzecke hintun. Dann macht man hier vielleicht nochmal so. Mhm, das ist, glaube ich, ganz gut. So, würde dann hier eine kleine Couch eventuell hinpassen. Guck, ich gucke dann gleich, wie ich die hier noch irgendwie füllen kann, ne? Möbel. Ich gucke einfach direkt nach Sofa. Es soll ja jetzt auch nicht so mega bequem sein. Vielleicht funktioniert ja hier auch sowas. Mal angucken. Es hat so einen Eisenbahn-Flair. Vielleicht ist das nicht so schlecht. Oder wir nehmen einfach nur Stühle, weil man muss ja hier auch noch irgendwo da lang gehen können. Na gut, hier kommt man ja von der Seite hin. Das heißt, man könnte ja hier theoretisch schon auch noch eine Couch hinstellen. Und dann so einen Tisch davor. Es ist halt nur die Frage, ist das genau das, was wir wollen? Weiß oder so ein schwarzes Sofa? Ja, komm, ich nehme das jetzt. Ich finde das eigentlich ganz gut. Kann da noch eine Dix hier daneben. So eine Pflanze vielleicht. Und einen Tisch brauchen wir auch. Wie heißt denn das? X-Xess. Vielleicht finde ich ja was, wenn ich Xess suche. Xess? Vielleicht gibt es da einen Tisch zu. Oha! Es gibt tatsächlich einen Tisch dazu. Wow! Schwarz. Ja, dann kann man da seine Bücher so drauflegen. Ah, das ist ein bisschen eng. Nee, gefällt mir nicht. Hm, gibt es da vielleicht was schmaleres? Welchen hatte ich denn jetzt? Oh, ich weiß nicht, welchen die hat er. Nööööö. Der ist klein. Vielleicht könnte man so was kleines nehmen. Ah, das ist besser. Aber da kann man natürlich nicht so viele Bücher drauf ablegen. Egal. Wir nehmen das trotzdem so. Eventuell haben wir ja auch noch so ein... Was ist das denn? Geschirrschrank. Der Herr... Ähm, okay. Und so einen Sessel haben sie auch noch. Oder so einen. Oh, äh, nö. Man, das sieht immer so gut aus, aber wenn man es dann so in der Hand hat, dann denkt man sich so, nope. Okay, nope. Das ist auch viel zu groß. Dann haben wir halt hier nur eine, so eine Sitzecke. Es ist ja auch nicht so riesig hier. Pech gehabt. Geschirrschrank, könnte man denn, Geschirrschrank 1,50, das ist ja wahrscheinlich die Breite. Ja, ich weiß halt nicht so recht, ob da dann auch Bücher reinpassen. Wäre ja schon irgendwie witzig, ne? Ist das dann zu eng, wenn man hier auch noch was macht? Das wäre fast zu viel. Ne, das gefällt mir irgendwie auch nicht. Höchstens hier hinten noch, dass es dann nochmal so einen leicht anderen Touch hat. Ich weiß nicht, ob da Bücher reinpassen. Das ist jetzt noch eine Frage. Ich suche mal nach Book, ob Bücher reinpassen würden oder vielleicht Videospiele. Das wäre auch cool. Ähm, Game? Es gibt ja auch so, es gab damals in der Bücherhalle, wo ich war, auch so Spiele, die man sich ausleihen konnte. Das war auch sehr cool. Aber wenn das hier reinpassen würde, ist das natürlich super. Super, dann haben wir hier unsere Videospielecke. Boah, die ganze Sims Collection. Wir nehmen einfach alles, was wir kriegen können. Auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt hier ein bisschen in den Boden versinkt, wenn ich das da richtig sehe. Ja, mein Gott, dann ist das halt so. Dann versinkst du halt. Ich finde das Ding halt an sich ganz gut. Games. So. Und ich meine, DVDs wären auch nicht schlecht. Switch Games. Ja, haben wir auch. Wir haben alles. Oh Gott, das ist witzig. Haben wir doch nicht. Es ist einfach, das passt einfach nicht zusammen. Ne, komm, das lassen wir. Aber wir könnten diesen Spielehauf nehmen, den wir auch zu Hause haben. Den könnten wir noch nehmen, wenn wir dann keine anderen Games mehr haben. Und vielleicht sind die nicht so riesig. Ah, die sind besser. Cool, dann nehmen wir die auf jeden Fall auch noch. Oh, hier haben wir auch noch so viele. Oh, hier. Das liegt so lang. Oh, das muss ich irgendwo hin tun. Das muss ich irgendwo im besten Falle auf so ein Regal oder so, um das zu präsentieren. Das sieht halt super aus. Okay, ich stelle das erstmal hier hin. Boah, das kostet ja 500. Das passt ja nirgends. Das ist ja... Oder ist es halt so ein... Oh ja, ich brauche so ein niedriges Cupboard. Also so ein Sideboard. Pokémon Trading Board. Oh. Das wäre irgendwie auch cool hier. Das passt nicht. Ne, dann eben nicht. Schade. Schade, es wäre schön gewesen, finde ich. Pretty Princess Game. What? Ja, wir nehmen einfach den guten alten Stapel. Oh, er passt gerade so. Ah, super. Okay, cool. Dann haben wir hier Spiele. Da unten Normale Spiele. Und in der Mitte haben wir dann noch ein paar DVDs, die kommen jetzt. Weil so ganz viel haben wir dann nicht. Wir haben nur so... Was soll das denn? Movie vielleicht? Ah, das ist gut, ja. Oh, ich glaube, ich hatte auch noch so Disney-Sets. Äh, welches hatte ich denn jetzt gerade? Ah, Set 3. Das steht ja da. Dann nehmen wir Set 2. Geht leider nicht genau daneben. Warum eigentlich nicht? Movie Set 1. Okay, und dann fehlt noch irgendein anderes. Das hier. Nein. Nein. Oh, kann ich das da stapeln? Ja, aber das stapelt ist blöd. Ich glaube, dann nehme ich lieber eins weg. Dann nehmen wir das da weg und tun das da stattdessen rein, weil das ist ein bisschen länger. So, schön. Dann haben wir jetzt hier DVDs. Ich hätte auch gerne so ein Schild. Irgendwie so movie-mäßig. Oder so ein Plakat. Hängende Deko. Vielleicht finde ich ja hier so auf Anhieb irgendwas. Ach, Welcome. Kann ich das... Wahrscheinlich geht das nicht. Oder für außen? Weil er immer nicht sieht, dass das hier eine... Oh Mann, das ist so schade. Das wäre so cool. Geht das hinten an den Schrank? Auch nicht. Mello. Hier wäre es eigentlich auch cool. Oh, vielleicht einfach da drüber. Welcome, Zanzi. Jetzt habe ich mich selbst willkommen geheißen. Aber okay. Ja, das ist ein Hassener. Ist auch okay, oder? Wenn ich mich selbst willkommen heiße. Traumfänger fände ich ganz süß. Aber vielleicht für übers Bett bei uns. Ach nee, ich habe ja gar keine Wand hier. Ach doch, hier. Wow. Kann man ja total gut erkennen. Sonst nehmen wir vielleicht einfach so eine random Wanddeko wie das da. Wie sieht denn das aus, wenn ich das hier drüber mache? Ja, das kann man machen. Muss man aber auch nicht. Vielleicht könnte ich hier noch so Klamotten reintun in den Schrank. Das sieht ja voll oll aus. Brauche ich ja dann auch so hier so Arbeitskleidung. Vielleicht irgendwo noch so ein paar Schuhe. Ist ja auch ganz cool. Ich lege gerade, dass sie dann noch so brauchen könnte. Eventuell einfach mal so ein Stapel Handtücher. Ah, close. Wie kann ich denn noch suchen? Vielleicht Jeans? Ah, da sind mehrere. Wie? Nein, das sind diese klitzekleinen Jeans, die keine Sau braucht. Aber die kann ich vielleicht übereinander. Ich kann ja mehrere nehmen. Ja, das ist natürlich auch ganz gut. Jetzt haben wir halt einfach so Einheitsjeans. Hier, das liest sie auch noch zum Einschlafen. Kann ich das hier noch vielleicht irgendwie so? Da oben. Da. Ja. Das liest sie zum Einschlafen. Dann noch so ein Deo. Sie hat ja sonst keinen Platz, ne? Schminke braucht sie ja auch, um sich so ein bisschen hübsch zu machen. Make-up vielleicht? Ah, genau. So ein kleiner Spiegel hier. Ähm, oder auch nicht. Klein, habe ich gesagt. Das sieht süß aus. Also ich brauche auf jeden Fall so einen Mini-Spiegel. Aber das ist halt die Frage, woher? Oh, so ein Make-up-Schwämmchen. Welche Brush-Palette nehmen wir denn mal? Die hier. Hier oben rein. Ich will nur, dass da so ein bisschen was drin rumliegt. Oh, nee. Der wäre ja eigentlich voll gut gewesen. Dieser kleine Koffer. Der hat übertrieben viel Make-up. Nee, ich will nicht, dass sich der Schrank verschiebt. Ich habe da schon wieder Schiss, dass das nicht richtig funktioniert. Oh. Ja, das wäre vom Prinzip her auch nicht so schlecht. Was wäre denn so mit einer Kaffeemaschine? Ich hoffe, das hält jetzt. Ja. Puh. Oder so eine Creme oder so. Sichtscreme. Da. Genau. Die tun wir auch noch mal hier rein. Oh, ne, ja. Ja. Parfüm. Und eigentlich hätte ich auch gerne... Hä, gibt's das nicht? Beauty-Parfüm. Oh, das ist süß. Das nehme ich auch noch. Können wir das noch dahinter stellen? Oder ist das schon wieder dann zu viel? Ach, lieber hier oben rein. Ich hoffe, dass da wieder rumruckelt. Ja, nee, komm, mehr brauchen wir davon nicht. Das da eventuell noch. So ein Glas wäre auch schon eine Idee. Oder so eine Flasche Wasser vielleicht. Boah, nee, das ist ja viel zu riesig. Oh, sie hat eine Wärmflasche. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Wärmflasche, die kommt hier in den Schrank. Ja, ja, ja. Falls es hier mal kalt ist und so. Und sie kalte Füße kriegt. Oh, die wäre auch voll süß gewesen. Hm, schade. Und ich glaube, die zeichnet auch. Deswegen kriegt sie hier auch noch so ein paar Stifte. Ich hätte ja auch gerne so ein Tagebuch, ne? Aber... Ach so, unter Diary könnte ich vielleicht nochmal suchen. Ah, das da. Ja. Ich hoffe, das passt nebeneinander. Nee, komm, lieber nicht. Lieber hier. Ich glaube, ich muss unter Bottle. Da finde ich vielleicht was. Ach so, da ist auch noch Parfum. Da hat er ja niemals gesucht. Ah, zum Waschen irgendwas. Eine Babybottle. Ich dachte eigentlich eher so an Wasser. Cleaningbottle. Ah, nee. Oh, Wasserkocher. Das ist auch eigentlich naheliegend. Das ist halt nur... Oh, nee. Oh, Gott. Oh, Gott sei Dank hat sie geklaut. Sonst vielleicht mal unter Wasserbehälter. Ja, da. Das habe ich gesucht. Das kommt dann hier so unter das Bett. So leicht. Theoretisch könnten da ja auch noch mehr hin, ne? Weil wenn sie länger unterwegs ist, braucht sie auf jeden Fall Wasser. Ich glaube, das ist gut. Und eine Cup of Tea. Also eine Chew. Genau. Cup. Ja, oder sowas da. Man könnte auch, ja, Schüsselchen. Wenn man hier mal was essen oder trinken möchte. Vielleicht sollte ich mir auch so noch Milch und ein Müsli. Ah, der wäre auch gut gewesen. Da. Ich glaube, ich nehme sogar eine rote. Boah, ist die riesig. Okay, hat auch geklappt. Wir können uns ja diesen Halloween Cake noch geholt haben. Da. Oh, genau. Hier. Den muss ich ja eigentlich immer auch mit reinnehmen. Den kann sie ja da nicht so stehen lassen. Sonst putzt sich nachher irgendjemand damit die Zähne. Das geht ja nicht. Das ist auch so ein Becher. Also ich habe einfach kein Trinkglas. Vielleicht sollte ich einfach mal nach Glas gucken. Oh, ein Kaffee. Yo. Den stehen wir nach vorne. Da irgendwie so. Pencil Cup. Das ist vielleicht auch gut hier. Genau. Dafür das Tagebuch. Stifte habe ich ja gedacht. Glas. Komm. Jetzt gib mir doch einfach nur so ein normales Glas. Auch eine Glasvase. Ne. Ich dachte einfach nur an ein Glas. Zuckerstangen. Hm. Oder vielleicht muss ich einfach so ein O-Saft oder sowas. Das wäre so ein Glas. Ja. Dann nehmen wir halt das Glas. Nehmen wir auch gleich zwei. Weil vielleicht kriegt sie auch mal ein bisschen. Ich glaube das könnte man jetzt so lassen. Jetzt ist hier überall so ein bisschen was drin. Und dann können wir ja eventuell hier noch so zum Beispiel so ein Strandbild nehmen. Und das hängt sie sich dann auch irgendwo hin. Boah. Das ist leider ein bisschen groß geraten. Ich wollte so ein kleineres. So. Hat sie nämlich was zum Gucken. Wenn sie einschläft. Bräuchte vielleicht auch noch so eine Garderobe. Hier. Das ist noch ein Bild von ihren Freunden. Das braucht sie auch noch. Das kommt auch dazu. Damit sie sich nicht so einsam fühlt unterwegs. Aber wir nehmen auch sowas hier. Sie war gerade einkaufen. Deswegen steht das jetzt hier noch. Wobei da könnte eigentlich auch noch so ein kleiner Schrank hinten. Na gut. Braucht sie einen Schrank? Ne. Das ist viel zu schmal. Ich hätte auch gerne noch irgendwie so eine Handtasche. Sie mag ja das hier. Leider geht das nicht aufs Bett drauf. Die können die ja da so hinstellen. Chocolate Chips. Oh. So ein paar Kekse. Für einen kleinen Snack. Kann hier oben ein bisschen stehen. Nicht zu nah an den Rand. Nein. Ah ne. Das ist ja Kaffee. Ja egal. Sie hat keinen Kaffee. Sie hat sich ja einen Kaffee geholt da von draußen. Ich glaube. Ach so. Oh ne. Vielleicht wäre die besser gewesen. Ah ne. Die ist auch gut. Sie hat jetzt gerade die Sachen gekauft. Die sind noch nicht eingeräumt. Die muss sie jetzt noch einräumen. Oh. Was ist denn hier passiert? Na nu. Hier ist ja gar nicht zu Ende gestrichen. Äh. Wo ist denn das? Ach da. Ich habe gerade gesagt. Das sieht doch komisch aus. Das könnte man noch nehmen. Das ist so eine gefaltete Decke glaube ich. Oh. Das ist schon wieder sehr knapp. Na. Oh. Ich habe immer so Angst, wenn ich mir irgendwas kaufe. Wenn alles dann zerstört ist und ich nochmal alles neu machen muss. Oh. Die ist ja auch süß. Die nehmen wir auch noch mit. Die kleine Ente. Ihre Schlafente. Schade. Oh Mann. Was kann ich das so hinlegen? Oh. Siehs. Ach ja. Schuhe. Stimmt. Das habe ich fast vergessen hier. Stellen wir hier noch ein paar Schuhe hin. Sie hat bestimmt einmal so bequeme Schuhe und dann nochmal so elegante. Die Vase ist auch irgendwie süß. Aber wohin damit? Hm. Ne. Ich glaube nicht, dass ich das hier so vollstellen möchte. Da oben drauf. Ne. Hm. In den Eingang irgendwo. Hier so. Oh. Das ist vielleicht auch cool für hier drinnen. Boah. Man könnte hier ja mehrere davon kaufen. Oder hier irgendwo in den Eingangsbereich. Da vielleicht. Was wäre, wenn wir das überall hier so die ganze Wand entlang? Weiß ich noch nicht. Wie heißt das Ding? Sleeping Beauty. Halloween Grußkarten. Das ist natürlich auch hier cool. Ach. Das wäre natürlich besser, wenn man das irgendwo so mittiger hätte, ne? Im Angebot. Ich weiß nicht so recht, ob ich da oben das hinkriege. Muss ich irgendwo raufspringen. Ah. Okay. Ich traue mich jetzt mal, das hier so reinzustellen. Ganz vorsichtig. Hier oben würde das wahrscheinlich auch ganz gut aussehen. Ich glaube, ich hätte es zwar da unten besser gefunden. Ja. Also hier hätte ich es, glaube ich, besser gefunden. Aber wenn man da dann diese Grußkarten reinstellt, ist dann irgendwie nicht mehr so mega sinnvoll. Vielleicht kann man die ja auch kaufen. Heißt ja nicht, dass man da jetzt auch nichts kaufen kann. Und dann hat man hier halt nochmal so einen kleinen Pokal. Vielleicht nehmen wir auch noch eine mittlere dann in Silber. Warum auch immer die mittlere größer ist jetzt. Oh ne. Jetzt ist schon wieder was umgefallen. Oh Gott. Oh Gott. Ist noch alles da? Das hat sich wieder zurückbewegt. Es reicht. Wir fassen es einfach nicht mehr an. Das da unten ist leer. Ist mir egal. Alles ist gut. Den Weihnachtsbaum bewege ich auch nicht. Nein. 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 Ich brauche noch irgendwie so Lowboards. Ich suche eigentlich nach Lowboards, aber ich finde nix. Board? Sideboard. Wallboard. Ist das vielleicht sowas, was man nehmen könnte? Ah. Das dann nicht. Ich brauche ja sowas, wo man das dann richtig präsentieren kann. Das wäre natürlich auch cool für dort hinten. Ich glaube, das würde ich mal ausprobieren. Ist zwar eher unrealistisch, dass man hier im Zug. Naja, wir tun einfach so, als sei das so ein elektrischer Kamin. Der sollte vielleicht gegenüber sein. Ist das zu eng? Und dann präsentiert man darauf die Dinger hier. Das war nämlich eigentlich mein Gedanke, weswegen ich das haben wollte. Dann ist das hier hinten eher so die etwas gemütlichere, freakigere Ecke. Könnte natürlich auch noch irgendwie so ein Fernseher oder sowas hinmachen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch sowas. Vielleicht passt das Ding da ja rein. Oh. Mega cool. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Oh. Das ist vielleicht auch noch für den Eingang. Ja, das ist bei der Arbeit auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann hat sie ja vielleicht hier auch noch so ihre Aufträge oder so. Wenn dann jemand mal was sagt, wann, wo, wie und so. Wann sie wo ist. Was auch voll cool wäre, wenn wir das da nehmen. Und dann tun wir da irgendwo noch so eine Kaffeemaschine hin, wo man sich quasi selbst bedienen kann. Hier irgendwie kommt das da weg. Dann machen wir das und hier dann so eine Kaffeemaschine auf so einen Tisch. Und dann können die sich da einen Kaffee holen. Dann macht man hier vielleicht auch noch so einen ganz schmalen, hohen Tisch hin. Pass auf, das machen wir. Kommt das hier drüben hin? So. Kleiner Kaffeetisch. Aha. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche noch was anderes. Kaffeemaschine. Gibt es nur die? Ich gucke mal unter Koffee vielleicht. Oh, ich habe mich verdrehen hoch. Ja, das ist schon mal gut. Oh, das ist auch hübsch. Aber ich will ja keinen Kaffeetisch eigentlich, sondern ich will ja so einen hohen Tisch. Und da will ich eine Kaffeemaschine draufstellen. Da ist eine Kaffeemaschine. Oh, da ist noch eine bessere Kaffeemaschine. Die finde ich gut. Das ist auch süß. Dann brauchen wir doch noch diese Kaffeedinger. Okay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie mein Tisch aussehen muss. Oder mein Schrank. Oder mein Regal. Oh, ein Becherregal. Farbe weiß ich nicht. So dunkel. Ich nehme mal braune Eiche. Ah, no. Ja, hier ist natürlich schwierig, weil wir da ein Fenster haben. Da ist das Problem. Würde genau hier zwischen passen. Ah, dann passt das Schild nicht. Ah, hallo. Hallo, Lassie. Hintergrund so doink, doink. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, wenn man das so rum macht. Vielleicht machen wir sonst das einfach hier hin. Das wird alles immer nur verschoben. Das da hin. Das dann hier. Dass man quasi hier so sitzen kann. Uh. Oh, einfach sowas. Leider zu klein. Gerade nebenbei ein Bücherregal gefunden. Passen da die Bücher überhaupt rein? Schwarzes Holz. Oh. Oh. Okay. Ja, sowas habe ich ja eigentlich gedacht, ne? Nee, man kommt dann da hinten nicht mehr dran. Also sonst entweder eventuell so. Mhm. Das ist halt die Frage, ob hier noch eins hin soll oder ob hier dann noch Kaffee-Ecke ist. 46. Ich gebe es mal geradeaus. Wenn nicht, verkaufe ich es sonst gleich wieder. Ah, das ist ein bisschen schräg, ne? So ist besser. Ja, das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, tja, es ist halt nur die Frage, ob ich das da auch dahin tun könnte. Ist da eine Maschine drauf? Ich glaube, das ist zu niedrig. Äh, das ist zu kurz. So kurz. Tisch Best Kit. Der wäre vielleicht was hierfür. Da dann zwei Stühle ran. Vielleicht finde ich da ja sogar was Passendes. Best Kit. Best Kit. Ich finde halt immer wieder Sachen, die ich nicht suche. Ja gut, ist halt so, ne? Braune Eiche. Passt hier das drauf? Das könnte vielleicht funktionieren. Das einzige Problem ist nur, dass ich dann, ja, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber das Problem ist, dass ich dann leider kein Regal habe, wo ich dann Kaffee oder sowas reintun kann, ne? Ist zwar ganz hübsch so, aber bin nicht überzeugt. Ne. Genau sowas bräuchte ich eigentlich eher. So einen hohen Beistelltisch, wo ich dann da unten noch irgendwie Kaffee oder sowas reintun kann. Gucken wir uns vielleicht mal den an. Ne, das ist leider zu schmal. Okay, wir nehmen erstmal einen Stuhl. Das ist Best Kit, das ist Best Kit. Der sieht natürlich ein bisschen gemütlicher aus. Braune Eiche. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Farbe nehmen würde. Na gut, dunkelgrün vielleicht so zu den Türen passend. Ja, ich glaube, das ist ganz cool. Ah, jetzt kann ich mich wie ein Chef fühlen. Wenn sie meinen. Schwarzes Holz vielleicht. Oh, das würde haargenau passen. Und dann da unten noch den Kaffee rein. Ja, kein Wohnzimmer. Ja, nee, wir haben kein Wohnzimmer. Warum regt er sich jetzt auf, dass wir kein Wohnzimmer haben? Es fällt dir ja früh auf. Es wird auch kein Wohnzimmer geben. Wir sind eine fahrende Bücherei. Pech für dich. Wieso ist das so schief? Ah, ich glaube, jetzt ist es gerade. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch Kaffee. Ah, nee, warte mal. Wie war das nochmal? Kaffee. Den hier könnten wir schon mal auf den Tisch stellen. Da ist hier so ein bisschen was los, ne? Da ist noch so ein Kaffee. Oh no, eine Zigarette. Das ist hier verboten. Nee, das will ich nicht. Ich will keinen, will ich nicht. Dann nehmen wir lieber so einen hier, so einen Eiskaffee. Wow, der ist aber fett. So, Dille. Und dann weiß ich nicht genau, ob wir vielleicht noch so einen Donut oder sowas kriegen. Und so Kaffeepackungen wären eigentlich auch noch ganz cool. Ja, hier tun wir einfach noch so ein paar verschiedene Kaffeepackungen rein, weil wir es haben. Wir haben halt so verschiedene Sorten, die dann nachgefüllt werden können. Tee hätte ich auch gerne. Wobei, mein Teekocher, der ist ja woanders, ne? No. Wir können ja die hier noch nehmen. Das ist noch so der Special Kaffee-Tee. Okay, haben wir hier auch was. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch alles mit Büchern voll machen. Achso, Donuts wollte ich doch noch gucken. Aber ich habe gar keinen Platz für Donuts. Hä, hä? Ich nehme schon wieder so lang auf, ne? Aber es macht einfach so viel Spaß. Und ich will es halt auch nicht so, ich will es nicht hässlich machen. Ich will es schön haben. Tja, schade. Das ist ein bisschen sehr groß. Nee. Nee, 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 nee. Muffins eventuell sonst? Weihnachts-Muffin. Wie süß. Die sind ja richtig cute. Aber das sieht natürlich ein bisschen doof aus. Naja, wenn ich einen Kaffee mache, dann können wir das machen. Ich stelle ihr nochmal so einen Weihnachts-Muffin da hin. Kann ja auch sein, vielleicht hat sie die ja auch da unten drunter, ne? Ach, hat sie ja unten drunter versteckt. Okay, jetzt heißt das, dass wir hier auf jeden Fall noch... Warte mal, ich stelle das erstmal raus, weil das irritiert mich. Ich hoffe einfach nur, dass ich draußen nichts mähen muss, damit jetzt hier der Preis irgendwie trotzdem noch ganz gut ist. Ich brauche auf jeden Fall noch Bilder. Ich brauche noch Bücher. Hm, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich diese Bücher hier überhaupt liegen haben möchte. Könnte die auch hier hin tun? Da finde ich es auch ganz cool. Das heißt so, die diskutieren dann gerade über das Buch. Davon hätte ich gerne mehr. Ich finde aber zwischendurch wieder andere Sachen. Table Flowers. Einfach mal mitnehmen. Es muss ja auch alles ein bisschen einladend sein. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Da. Wir nehmen das so. Jetzt haben wir drei. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir drei Dinger. Drei Regale. Also so drei Regalreihen. Ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach mal alles voll zu knallen mit Büchern. Und ich meine prinzipiell, es ist ja auch egal wie, ne? Oh Gott, ich kann sogar Vorder- und Rückseite. Ey, das ist ja richtig teuer. Nein, ich habe, ich fand. Oh. Das ist, das fällt gleich runter. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so viel machen soll. Es soll natürlich schon aber auch gut aussehen, ne? Wir können aber probieren. Es soll halt nicht leer aussehen. Aber ich will jetzt auch nicht so krass übertreiben. Komme ich überhaupt hoch? Ich habe halt auch einfach so viele Bücher. Und das passt auch so. Sieht halt auch schön aus, ne? Ich habe überhaupt nicht aufs Geld geguckt, ob ich das letztendlich dann wieder rauskriege, die Kohle. Das könnte auch nochmal schwierig werden. Ich brauche irgendwas, wo ich aufhüpfen kann. Oh, ich komme hier sogar hin. Krass. Grau. Oha. Das geht ja sogar auch. Oder hier. Da so einzelne Bücher. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ah. Eventuell machen wir hier so ein paar geöffnete Bücher, dass man da halt seine Dinger mal so ablegen kann. Oh. Das ist auch nett. Das sind halt so verschiedene. Das fällt natürlich auf, weil die halt so pink sind, dass man die halt häufiger hat. Ne, das ist ja egal, oder? Hier kann ich wenigstens auch irgendwo oben drauf springen. Hier geht's. School Books. Oder sowas hier. Cook Books. Ah. Hier gibt es ja auch noch diese Stapel. Oder auch diese... Genau. Lord of the Rings. Vielleicht wäre das ja was für hier. Dass das hier so diese coolen großen Sammlungen sind. Genau das da hatten wir ja noch. Narnia Book Set. Dann hatten wir noch was. Was war denn da? Puffin Classics. Was auch immer. Passt halt so einfach daneben. Hm. Ah, nicht ganz so mega perfekt, aber ja. Das sind die Sammlungen. Das könnte man vielleicht noch oben drauf irgendwo tun. Wenn man hier so Bücher noch anlehnt. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Oder nein. Warte mal. Ich habe ja hier solche Dinger noch. Oh. Oh. Das würde gehen. Dann brauchen wir vielleicht dieses Ding da nicht. Dann muss vielleicht auch das weg. Verdammt. Ich habe davon noch, glaube ich, einige Cookbook. Hm. Na ja gut. Why not, ne? Ich würde sagen, ich nehme die Dinger einfach mal. Passt halt so gut. Dann kommt das vielleicht doch nicht dahin. Oder man zieht es halt ein bisschen weiter vor. Ah, das ist schon ziemlich perfekt. Das Ding muss weg. Das muss weg. Ähm. Hm. Hm. Ja. Hier. Ist das vielleicht so, dass man das da reinstellen könnte? Boah. Hm. Das ist leider sehr lang. Aber das sieht auch wieder so aus. Könnte man nicht das da reintun? Puh. Das fällt aber fast runter. Also entweder kommt das irgendwo oben drauf, weil sonst passt es nicht. Und ich finde es doch zu gut, als dass ich es nicht benutzen sollte. Dann machen wir das halt hier hin. Hm. Oder passt das auf die Seite? Das passt einfach genau nicht. Aber sagen wir mal so, ich hole mir irgendwas, wo ich es drauf stelle. Ich will hier lieber was anderes. Ja, das kommt wahrscheinlich weg. So. Dann nehmen wir hier das da. Jo. Und hier sieht es ja dann generell ein bisschen anders aus. Genau. Das ist ja dann unsere andere Ecke. Jetzt haben wir natürlich theoretisch noch mehr von den Dingern. Ja gut. Das ist dann auch nicht so schlimm. Oder? Ach nee. Oder? Ich mache da hinten nochmal so ein Teil hin. Ach nee. Aber ich wollte ja das da noch irgendwo unterbringen. Ah. Gucken wir später. Ich mache jetzt erstmal hier mit den Büchern weiter. Kids Bookshelf. Uh. Das ist. Uh. Das ist auch super. Das könnte ich ja hier vielleicht sogar noch hinstellen. Das passt doch. Weil das hier auch so Kids-mäßig aussieht. Goosebumps-Books. So Gruseldinger hier. Oh. Das ist aber sehr klein. Ich dachte irgendwie. Schade. Naja. Ist halt wieder so eine Serie. So eine besondere. Pratchett-Bücher. Ja. Das ist doch auch wieder eine Serie. Dann haben wir nämlich auch zwei von sogar. Das ist die zweite. Dann haben wir nämlich da oben. Würde ich sagen. So ziemlich alles voll. Vielleicht nehme ich da das Teil. Brrr. Mann. Haben wir nicht irgendwelche Kinderbücher, die ich da noch so dran lehnen kann? Das sind doch Kinderbücher. Hm. Das muss andersrum hin. Gut. Dann nehmen wir den. Und dann drehe ich den einfach so rum. Gut gemeint. Nochmal Kids. Ach. Wir haben sogar nochmal Kids. Ja. Ist doch cool. Mit dieser Kinderbuch-Ecke. Der ist hier auch nochmal. So. Dann hätte ich gerne einen bunten Teppich. Oh. Der wäre natürlich auch mega. Dann können die Eltern halt hier so Bücher angucken. Und die Kinder können dann da auf dem Boden spielen. Oh nee. Es passt halt. Oh. So knapp wieder nicht. 15. Ach nee. Es ist vom Prinzip so schön. Aber leider wieder ein Tick zu groß. Ich glaube der ist leider noch größer. Der ist so lang. Den hier unten drunter. Bringt gar nichts mehr. Das macht natürlich keinen Sinn. Oh. Jo. Der. Ja. Den nehmen wir. Kommt der nämlich wieder weg. Oh. So viel Verlust gemacht. Cool. Oh. Das ist so nice. Ich bin richtig begeistert. Das einzige was fehlt sind halt wirklich Bücher. Der Rest ist schon ziemlich gut. Ich habe so viele coole Regale einfach runtergeladen. Oh. Baby Books. Aha. Kriege ich das da oben noch? Oh. Oh. Kurz unten gucken. So rum. Ja. Spielzeug. Hey. Ja. Mann. Ich habe schon so viel Spielzeug hier reingepackt. Und dann nach zehn Jahren so. Ich mag aber gar kein Spielzeug. Okay. Pech gehabt. Ich möchte gar nicht das hier meine fahrende Bücherhalle kaufen. Das ist auch voll süß hier. Kann ich das nicht auch so auf den Boden einfach legen? Princess Book? Coloring Book? Hier rein geht es auf jeden Fall nicht. Aber auf den Boden würde es gehen. Das da habe ich eigentlich gesucht. Wobei jetzt habe ich ja schon so ein Diary, ne? Hä? Das liegen wir noch oben drauf. Oh Gott. Das wäre fast schief gegangen. Upsi. Das ist auch nice. Kriege ich das noch irgendwo hin? Das ist ja auch eigentlich eher was Besonderes. Ja. Ich glaube das würde ich auch eher hier so hin tun. Art Book. Haben wir noch welche von den Dingern? Oh. Ne. Ich glaube leider nicht. Das ist auch schön. Das ist halt so richtig alt, ne? Aber wohin mit dem Ding? Kriegt man das hier irgendwo vielleicht hier so rein? Das guckt ja dann wahrscheinlich vorne oder hinten raus, ja. Und das hier ist auch nicht richtig. Und dann bräuchte ich eher so ein Teil, wo man das da einmal so drauflegen kann. Hier irgendwie so ein länglicher Tisch hin. Da. Das brauche ich auch. Das muss zu den Dinger da unten. Das sind auch so Art Books. Ach, vielleicht habe ich ja noch einen. Book Animation Survival Kit. Ja. Ah, das ist auch wieder das Ding, aber liegend. So was. Das da eventuell? Ich probiere einfach mal, wie das hier so aussieht. Ja, da passt das da oben drauf. Dann nehmen wir sonst einfach hier zwei nebeneinander. Hm. Ich weiß nicht. Das sieht jetzt so irgendwie alles so random mäßig aus. Aber ich habe halt diese fetten Dinger. Die würde ich gerne noch oben drauf stellen. Das ist dann so diese wilde Buchecke. Ist das hier vielleicht auch noch so? Ja. Oder sowas hier. Die sind auch irgendwie schön. Frage, wie groß ist das? Oh mein Gott, ist das riesig. Ja, das ist dann ist das hier. Genau, das ist natürlich hier, weil diese Leseecke ja hier hinten ist. Deswegen liegen hier auch noch so viele Bücher rum, die nicht mehr einsortiert sind, weil die Leute sind natürlich sehr unordentlich. Und deswegen liegen halt hier so ein paar Bücherstapel, die so wurden halt einfach so liegen gelassen, weil hier ordentlich geschmökert wurde. Das ist doch gut. Wir können ja dann eventuell hier hinten so ein bisschen eine ältere Buchreihe hintun, die ich dann einfach mal häufiger hier so rein stelle. Boah. Das ist natürlich problematisch, weil die passen gar nicht überall. Die sind einfach ein bisschen sehr breit. Da gucke ich mal, vielleicht finde ich ja noch irgendwas, was so älter aussieht. Das könnte man vielleicht auch nochmal nehmen. Äh. Ah, okay. Hier passt es. Wo ist denn hier die Reihe, wo es passen könnte? Gar nicht? Hä? Achso, da habe ich schon was drin. Ja gut, dann ist das so. Oh, das ist wahrscheinlich auch zu lang, ne? Oh, weia. Ich weiß nicht, ob da links und rechts was daneben ist. Das sieht so. Hä, wo ist denn hier vorne? Okay, also die sind irgendwie sehr hoch. Ja, können wir ja mal versuchen, ne? Die sind halt nicht so breit. Aber so breit sind sie dann leider doch wieder rum. Ich brauche einen Farbeimer, wo ich drauf springen kann. Ah, hier unten. Ja, so gut sehen sie jetzt auch nicht aus, dass ich da tausende von bräuchte. Da, die Dinger noch. Oder übereinander könnte man ja auch welche nehmen. Könnte ja auch so quer. Da legen wir einfach so mehrere übereinander und tun so, als ob die so zusammengehören. Die haben wir auch nochmal entstehend. Ja, okay. Theoretisch. Aber generell noch mal so ein paar überall dazwischen stellen. Hier auch immer so an den Rand. Upsi. Die passen halt generell so nicht schlecht. Alter, das ist einfach eine richtige Arbeit, hier so viele Bücher reinzuhauen. Ich versuche das für euch so ein bisschen gut zusammenzuschneiden. Hier, sowas nehmen wir auch nochmal. So ein Stapel. Können wir nochmal umdrehen. Hä, wieso geht es denn so rum nicht? Na, so vielleicht. Diese Buchreihen sind auch nicht so schlecht, ne? Weiß ja nicht, ob sie jetzt hier so gut hinpassen. Ich mache einfach jetzt nur, damit es da auch ein bisschen was drinne steht. Ich versuche hier nochmal, welche von den bunten reinzutun. Ich habe die einen sick Farben. Ja, das ist auch nochmal so angenehm, dass es was anderes mal ist. Ein bisschen dunkler. Andere Seite nochmal. Wie viel Kohle wir hier gerade für Bücher ausgeben, ne? Das wird überhaupt wahrscheinlich gar nicht wertgeschätzt werden. Von den Leuten, die jetzt hier einkaufen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man das Geld da überhaupt generell wieder rauskriegt. 10.000 Euro einfach nur in Bücher. Novels, das sieht ruhig aus. Da habe ich natürlich die ganzen langen Buchreihen hier schon benutzt. Da hätte es hin gepasst. Dann nehmen wir halt hier so eine lange Reihe. Und ganz ehrlich, Leute, hier tue ich jetzt nichts rein da unten. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was reinpasst. Aber das ist mir einfach zu viel. Habe ich die schon? Ich glaube nicht. Ach nee, jetzt ist das auch zu lang. Heilige, das ist ja wirklich viel zu lang. Schade. Die wären eigentlich ganz cool gewesen, weil man nicht so viel hätte machen müssen. Wenn ich denn eine andere Regalkonstruktion gehabt hätte. Hm, die dunklen vielleicht noch. Muss ich denn das jetzt komplett vollhauen? Oder nicht unbedingt? Ich würde so gerne die Teile hier auch nochmal irgendwo reinknallen. Boah, die sind ja riesig. Wieso sind die denn so fett? Die gehen nur auf den Boden oder was? Die gehen einfach gar nicht. What the hell? Ja, schade. Daneben? Hm. Hier habe ich doch, glaube ich, auch noch ein... Oder doch? Wie sehe ich? Help! Honey, it's a body. It's so big. Das passt ja gar nicht. Hä? Da hat es reingepasst, aber hier nicht. Ach so, wahrscheinlich, weil jetzt auf der Rückseite dann nichts mehr passt. Ja, ja. Das ist natürlich richtig. Da muss man sich entscheiden. Machen wir einmal so. Und dann auf der Seite machen wir einmal so. Ne, hier geht es wieder nicht. Obwohl da nichts steht. Das soll mir mal einer klären. Naja, wurscht. Ach, hier haben wir noch die anderen Farben. Guck mal, da haben wir noch grün. Die habe ich nämlich gesucht. Ich habe sogar auch noch welche, wo man noch weniger nebeneinander stellen kann. Dann kann ich das noch ein bisschen besser hier ausbalancieren. Da noch was. Aber die passen halt auch einfach super, ne? So grösstechnisch, dass sie halt auch aneinander so richtig schön dran kleben. Da haben wir dann noch so dicke. Ich könnte erst mal die Teile dann nehmen. Die passen auch. Jetzt sieht das wahrscheinlich so ähnlich aus wie das andere. Machen wir hier eher noch solche Dinger hier rein. Oh Gott. Uh, die habe ich ja überhaupt noch gar nicht. Oh, die sind auch super. Ein paar Griecher vielleicht da noch rein. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich hau jetzt einfach mal die ganzen Bücher voll. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. Ich bin jetzt fertig. Ich hatte leichte Probleme. Weil Amber, meine kleine Katze, mich gerade besprungen hat. Und der Meinung war, ich müsste jetzt sofort aufhören mit Spielen. Und sie hat mich, ja, äh, angenagt, abgeleckt und bestiegen. Und jetzt liegt sie auf meinem Schoß. Und ich hoffe, sie bleibt da trotzdem liegen, obwohl ich jetzt hier gerade so weitermache. Okay, wir gucken uns mal an, wie es jetzt aussieht. Ich habe selber auch noch gar nicht geguckt, weil das ein bisschen schwierig war mit ihr gleichzeitig. Ja, guck mal, es sieht doch schon eigentlich ganz gut aus, oder? Ganz gut voll aus. Übrigens, den Boden würde ich, glaube ich, nicht verändern, weil ich finde, der ist eigentlich sehr passend. Das Licht würde ich, glaube ich, auch so lassen, weil auf der einen Seite das sehr viel... Was machst du da? Ist so meine Decke. Okay. Weil es zum einen sehr viel... Oh ja. Nochmal. Weil es zum einen sehr viel Licht macht und auf der anderen Seite dann aber auch mit denen hier so ein bisschen aufgelockert hübsch aussieht. Ich bin ja mal gespannt, was ihr so sagt, wie ihr das findet. Also das hier habe ich jetzt nicht noch voll gemacht. Ich weiß auch nicht genau, was da überhaupt reinpasst. Okay, sowas hier würde da reinpassen. Hm. Das ist halt die Frage, ob das jetzt was bringt, wenn man hier da so ein paar von denen einfach mal reinschiebt. Oder ob man da irgendwie noch was anderes sonst reintun könnte. Ja, vielleicht ist es schon besser, dass dann halt das nicht so komplett leer aussieht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man da unten was reinkriegt. Doch, vielleicht muss ich mich auch ducken. Ah. Ja, schau mal. Das ist doch besser. Jetzt haben wir hier wenigstens so ein bisschen was drin. Die könnten vielleicht sogar auch passen. Wow. Ah, ja, na gut. Dann nehmen wir die halt auch noch kurz mit. Tja, einfach, weil es hier funktioniert. Weil die nicht so schlecht sind, da die sind auch so ein bisschen kleiner. Deswegen passen die da auch nebeneinander. Das finde ich ganz gut. So, dille. Was ist denn damit? Oh, okay. Die sind vielleicht... Oh, schade, ey. Hm, die sind doch ein bisschen leider sehr hoch. Aber die sind cool. Jetzt sind die einzelnen Dinger ja ganz gut. Oh, die könnte man ja sogar auch vielleicht nebeneinander legen. Oh, wie ätzend. Jetzt muss ich die einzelnen hier mal raussuchen. Mann, ey, warum dauert denn das so lang? Das ist einfach nur doof. Na gut, was tut man nicht alles für einen hübschen Zug? Ich kann das ja für euch ganz gut rausschneiden. Deswegen habt ihr da jetzt nicht das Problem, dass ihr da irgendwie so viel suchen müsst mit mir. Jetzt will ich sie auch alle haben, ne? Nehmen wir auch noch Prada. Prada kommt dann hier rein. Vielleicht ist das dann halt eher so ein bisschen so trischig. Es tut übrigens leid, wenn ich jetzt so gebuckelt aussehe, ja? Ich kann da nichts für. Die Kleine ist einfach so aufdringlich. Es geht nicht. Komm, das ist so schön rot. Oh, das will ich hier nochmal haben. Das ist so begehrt. Das brauchen wir gleich zweimal. Fällt nämlich gar nicht auf sonst. Ja, das sieht definitiv besser aus als vorher. Und das hier könnte man vielleicht auch nochmal nehmen. Diesen Stapel und das da. Oh. Ich weiß halt nicht so genau, ob das jetzt so auffällt. Hier haben wir noch nichts drin. Hier haben wir auch noch nichts. Nehmen wir mal hier oben. Und nochmal so ein Fashion Book. Kommt wieder eine Bahn. Ja, wir haben halt noch zwei Dinger leer. Hier haben wir auch noch einen leer. Oh, den könnten wir sogar auf Prada drauf tun. Hm. Das sieht vielleicht auch passend aus. So ein bisschen Fashion. Das sind ja nicht die gleichen. Oder? Ne? Die sehen anders aus. Okay, dann nehmen wir die auch noch mit. Nehme ich auch gleich ein paar mehr. Weil die nicht ganz so mega auffällig sind, ne? Das soll ja alles nur so ein bisschen in der Masse untergehen. Wieso kriege ich denn hier unten nichts rein? Aha. Hm. Hm. Ich habe hier sogar noch einen daneben. Hatte ich den da schon? Passt ja sogar. Hier ist es immer ganz cool, wenn es so leicht wild aussieht, finde ich. Könnten wir das da auch nochmal reintun. Eher so diese Stapel. Vielleicht passt das ja hier. Oh. Hier passt das. Endlich. Dann kann ich mir die anderen ja auch nochmal angucken, weil ich hatte nämlich verschiedene Variationen von den Teilen und dachte nur so, ja super, kann ich ja gar nichts benutzen. Oh, oder dieses Lange. Habe ich auch noch nicht gehabt. Ah, ja. Passt noch nicht mal hier. Was sind das auch für Riesendinger? Hier. Das sind die anderen. Das und das noch. Kann ich das nämlich auch direkt noch mitnehmen? Das sind dann auch so diese fetten Bücher. Und das hier. Hm. Jetzt sieht natürlich die Reihe relativ leer aus. Vielleicht könnte ich ja die trotzdem nochmal reinlegen. Worum? Oh. Schoolbooks. Ja. Weiß man ja nicht, ne? Dass das Schulbücher sind. Das sieht auch so ein bisschen wilder aus. Könnte man auch nochmal nehmen. Oder das hier vielleicht. Schade, das ist zu hoch. Vielleicht die dann noch. Die fallen ja auch nicht so auf, dass das Kinderbücher sind. Hör, die sind ja auch so hoch. Mist. Hm. Dann die da. Es ist so krass, wie viele Bücher ich mir einfach runtergeladen habe. Spider-Man. Will ich jetzt so ein einzelnes Buch? Naja, gut. Wonder Woman. Vielleicht kann ich die ja auch so übereinander so ein bisschen. Okay, das sieht sehr komisch aus. Naja, egal. Das wäre doch eigentlich auch süß für den Tisch. Ah, genau. Ach, zu guter Letzt. Nehmen wir einfach davon jetzt nochmal so zwei Dinger. Dann reicht es aber auch echt. Es muss ja auch nicht. Es liegen ja überall Bücher. Manche sind ja auch ausgeliehen. Deswegen muss das ja auch gar nicht so sein. Was mache ich denn jetzt hier mit dem... Das finde ich, das passt hier irgendwie nicht hin. Das soll drauf gelesen werden. Aber das passt auch nicht auf den Boden. Vielleicht könnte ich das dazwischen stellen. Schauen wir mal, ob ich das hier so oben drauf kriege. Und dann das vielleicht unten rein. Ah. Ja. Das sieht doch gut aus. Hier hätte ich halt gerne noch so privat oder so. Kein Zugang. Ist da sowas? Privat? Ne. Das da. Das habe ich gebraucht. Mhm. Büro. Schildnotausgang. Ne, wir nehmen das hier. Weil hier ist natürlich der Privatraum. Deswegen ist hier kein Zutritt. So. Ich glaube, wir sind fertig. Guckt euch das an. Das ist so schön geworden. Ich hätte nie gedacht, dass das so hübsch wird. Wait. Ich brauche Schilder. Äh, Bilder. Schilder und Bilder und Pflanzen auch noch. Vielleicht kann ich ja hier so einen Orangenbaum nehmen. Ja gut. Der ist vielleicht doch ein bisschen groß. Ich brauche eher sowas, was nach oben weggeht. Sowas Längliches. Sowas hier. Oder das. Oh ja. Mega. Ein Elefantenfuß. Würde ich, glaube ich, sogar auch so lassen. Uh. Oh. Die haben sich gefreut über die Pflanze. Kurkuma. So eine etwas kleinere. Das ist jetzt, glaube ich, zu knapp. Inzwischen eventuell noch. Da. Wir können ja mehrere hier. Oh no. Ich habe ja gar nicht geguckt, was da für ein... Oh. Ich wollte doch gucken. Grün und... Ne, Gold ist blöd. Grün und grün. Ja, nehmen wir lieber so. Grün und grün. Hä? Wieso beschweren die sich? Ich habe gerade Pflanzen gekauft. Was soll das? Hä? Wieso geht das runter? Hä? Ich habe doch welche gekauft. Die haben schon mal so komische Sachen gemacht. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Hier oben, ne? Gleichzeitig mit den Pflanzen da unten. Das ist super. Ich hatte ja schon überlegt, hier noch Kerzen hinzustellen. Aber nee, dann fackeln uns nachher die Bücher ab. Das finde ich nicht gut. Das ist wirklich sehr süß geworden. Man kann natürlich immer noch mehr machen, ne? Ich sage jetzt mal, wenn ich das nicht aufnehmen würde, das Video, würde ich wahrscheinlich noch länger dran sitzen und noch mehr machen. Einfach, weil es so Bock macht, hier zu gucken, was man dann noch für Dinger finden kann. Ich dachte gerade auch noch an so eine kleine Lichterkette, ne? Wie hießen denn die Dinger noch? Die so von oben runter hingen. Das war doch so ein Stern. Ah, nee. Chill. Oh. Chill? Oh, viel zu groß. Das ist schade, ey. Das wäre mega hier. Ah. S? Immer noch zu groß. Ach, schade. So ein Ding kriege ich leider hier überhaupt nicht hin. Wenn ich hier so ein kleines Zeichen einfach hätte. Good Vibes. Oh, nee. Okay. Ey, das ist ja mal sowas von perfekt, wie das dazwischen passt. Wir könnten auch das, aber ich würde lieber, äh, hell, lila. Das sollte doch dunkel sein. Nice, Leute. Richtig schön alles. Ich muss ja jetzt nochmal sagen, ne? Ich bin ja wirklich unglaublich stolz auf das Ding hier. Von außen werden wir es auf jeden Fall natürlich nicht umstreichen, aber ich gehe jetzt nochmal rein und zeige euch unser Ergebnis. Ta-da-da. Zur Weihnachtszeit. Ja, wir machen hier kein Teppichchen. Nee, machen wir nicht. Hier. Welcome to Zanzis Bücherfahnder Bücherhalle. Bläh, bläh, Fahnder Bücherhalle. Book steht hier. Dann kommen wir hier rein, haben unseren Tresen. Hallo, bitteschön. Ja, was möchten Sie bitte ausleihen? Mhm, mhm, mhm. Dann kann man sich hier hinsetzen, vielleicht Käffchen trinken und ein bisschen schmökern. Hier haben wir dann unsere ganzen Bücher. Ja, Kaffeemaschine und so. Das ist wirklich sehr hübsch geworden. Unsere kleine Chill-Out-Lounge mit der Kinderbuch-Ecke. Hier sind dann unsere Specials, DVDs und, ach nee, das ist ja auch PS4. Upsi, ich dachte, das sind DVDs. Nee, das ist natürlich PS4-Spiele und ein kleiner Kamin und natürlich unsere super Bücher-Kollektionen. Ja, das ist das Besondere. Das ist hier die Schmöcker-Ecke. Dann haben wir hier unsere Spiele-Sachen und so. Ja, hier, da war kein Platz mehr da unten drin, deswegen ist das da noch. Hier unsere kleine Toilette. Alles, was man nur benötigt, mehr nicht. Ja, das ist ganz abgespeckt. Und auch ihr Schlafraum hier, sehr abgespeckt. Aber sie hat halt alles dabei, was sie für unterwegs braucht. Und ja, war auch gerade einkaufen. Ich finde, das ist sehr hübsch geworden. Alleine die Idee, das hier zu versiegeln mit irgendwelchen Schränken, ist wirklich toll. Und das sieht so genial aus. Leider, wir verkaufen es jetzt und ich hoffe einfach nur, dass ich das Geld wieder rauskriege. Falls ihr übrigens mal eure Sachen ausblenden wollt, das hier, macht ihr mit Haar. Das habe ich nämlich immer nicht gewusst, wie das funktioniert. Und jetzt weiß ich es. Nach ungefähr 130 Stunden oder so. Yay, ich muss jetzt noch hinsetzen, muss das Video schneiden. Das wird wahrscheinlich sehr lange dauern. Es wird auch sehr cool. Okay, wir verkaufen das Haus. Das Haus, in Anführungszeichen. Ja, gerne jetzt schon mal, wenn ihr gute Ideen habt. Im Hinterkopf habe ich mein kleines Kaffee, was bestimmt cool wird. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so viel reinkriege. Ich habe gedacht, ich habe gar keinen Platz. Dann habe ich noch meinen Kindergarten, den ich gerne einmal machen würde. Und, ach so, ja, meine Elemente natürlich auch. Die Elemente, Häuser, also Erde fehlt ja noch und Luft fehlt noch. Da bin ich aber gerade nicht so ganz motiviert. Ich würde lieber einen Kindergarten oder einen Kaffee bauen. Oder irgendwas anderes Cooles, was ihr mir sagt. So, jetzt wird verkauft. Nein, kein Garten. Entschuldigung, kein Gartenwertbewerb. Haben wir ja leider nicht. Drei Stunden, 37. Ich habe auch so viel gekauft und wieder verkauft. Ich habe es gekauft für 43.000. Fläche von 1.200. Das Haus verfügt über 65 Quadratmeter. Ich meine, es ist natürlich schlau, wenn man halt auch einfach sich beim Gartenwettbewerb anmeldet. Aber dafür müsste ich jetzt noch so viel Zeit investieren. Deswegen zur Auktion gehen. Mal gucken, wie viel wir investiert haben. Verkauf von Möbeln. Renovierungskosten. Hauspreis. Kauf von Möbeln. 8.000 irgendwas. Ei, 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 ei. Okay, sie bieten noch eine Familie? Nein, nein, nein. Okay. Der? Genau, ein Schlafzimmer. Ideal. Gewinnen 26.000. Das ist natürlich für die Zeit absolut unterirdisch, wenn ich mal überlege, was ich beim letzten Job verdient habe. Ich versuche mal noch ein Weg, mich vielleicht zu verhandeln. Komm, da können wir doch noch ein bisschen was rauskitzeln hier für die Bücher. So vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel ich mit dem noch verhandeln kann. Ich kann das mal sehen. Komm, bitte schön, bitte. Ist für ihn akzeptabel. Ja, jetzt haben wir 28.000 Gewinn gemacht. Super. Dann nehmen wir das Angebot doch mal an. Positive Meinung. Keine Sachen für Kinder. Ja, ja, ja. Gäste sollen schon an der Tür die Pracht spüren. Hast du vielleicht mal gesehen, wie cool es ist, wenn man reinkommt? Ach so, er will billige Möbel. Das muss ich mir ja später eigentlich nochmal angucken. Vielleicht könnten wir auch mal so eine Challenge machen, dass ich mir einen raussuche, an dem ich das unbedingt verkaufen will. Wenn ich dann weiß, was der haben möchte. Das kann ich mir ja auch angucken. Vielleicht wäre das ja auch nochmal eine Idee für eine Challenge. Oh, cool. Und von außen? Ja, von außen ist es eigentlich langweilig, weil ich habe es ja nicht schön gemacht. Nein, ich will es nicht von außen angucken. Nein. War es nur ein einziges Foto von drinnen? Ach man, das war voll schade. Hallo, wir sind zu Hause. Wir haben jemanden mitgebracht. Wow. Genau. Genau, wow. Hoffentlich ist er nicht im Bad. Wo ist der? Hey, ist okay. Oh je. Ach Gott, jetzt kommt davon, ne? So lange nicht da gewesen. Jetzt geht es schon wieder allen schlecht. Habe ich sie gestreichelt? Nein. Oh nein, überall die Kotze. Ich renne ihr hinterher. Warum? Jetzt habe ich sie doch wieder nicht gestreichelt, oder doch? Nee, doch nicht. Suki, stopp. Ai, 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 ai. Was? Wohin? Suki. Dieser Hase, ey. Kann, Nickel, bleib stehen. Ich wollte dich doch nur streicheln. Ich weiß noch, wie das war, ey, bei meinem Kaninchen, ne? Das ist auch manchmal losgepest, wenn er da irgendwie so seine fünf Minuten hatte, seine Willen, und dann ist der da durch die Gegend gesprungen. Das war immer zu süß. Na, Pinchen? Pinchen, irgendjemand kann wieder irgendwas nicht erreichen. Wo ist denn Jack? Ist Jack draußen? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Vielleicht geht es ja gut. Jack? Jackie? Geht es dem nicht gut? Doch, dem geht es gut. Hä? Hä? Oh Gott. Jack? Ähm, wir haben da ein Problem. Jack? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und jetzt? Vielleicht kann ich ja einmal aus- und einloggen. Vielleicht ist er dann wieder da. Ich glaube, er ist dann wieder da. Ich lasse das jetzt einfach mal so, ne? Ich lasse ihn so. Beim nächsten Mal muss ich sofort gucken, ob es ihm gut geht. Auf jeden Fall ist Jack da, und dann muss ich ihn beim nächsten Mal nämlich, ähm, ja, waschen. Leute, ich glaube, es reicht erst mal. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen hat. Feedback gerne in die Kommentare. Und Däumchen natürlich auch. Und falls es euch gefallen hat, sehen wir uns sonst beim nächsten Mal wieder. Und auch so unten abonnieren und so bla. Ich habe alles durcheinander gebracht. Ich habe vier Stunden aufgenommen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020